Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sein Leben ist ein Spiel mit Wohlen einsetzen Kein Platz, ein Fehler, kein Raum zu schwächen Er kennt die Regeln, doch er bricht sie auf Ein wahrer Bund, ein Kämpfer, der niemals hofft Die Stadt ist ein Kreis, die Dunkelheit, sein Thron Er regiert ohne Krone, doch sein Wort ist Gesetz Mit jedem Stück, den er macht, hinterlässt er Spuren Ein Zeichen für die Welt, das er niemals verliert Kleiner Kuppel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kuppel, in den Tiefen deiner Freiheit, deine Macht Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er ins Schatten Ein Geist, ein Traum, ein Name neu in der Geschichte Doch die Namen mir hinterlässt Erzähl von teuer Macht Kleiner Kuppel, der König der Nacht Für immer unerkannt Kleiner Kuppel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kuppel, in den Tiefen deiner Seelen liegt deine Macht Kleiner Kuppel, dein Name wird in den Gassen geflüstert Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht Kleiner Kuppel, dein Name wird in den Gassen geflüstert Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals In den Phasen von der Stadt, wo die Schatten lauern Wo die Lichter flimmern und die Seelen verhauen Da lebt ein Mann in einer kleinen Kuppel Niemand kennt seinen Namen In der Dunkelheit verschwindet er Ein Fantom in den Gassen Er lebt in den Verborgenen Ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen Doch hinter seinen Blick, da brennt ein Feuer Ein Herz auf Stein, doch sein Wille wird nie teuer Kleiner Kuppel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kuppel, in den Tiefen deiner Seele Erlebt deine Macht Sein Leben ist ein Spiel mit hohen Einsätzen Kein Platz für Fehler, kein Raum für Schwächen Er kennt die Regeln, doch er bricht sie oft Ein Wanderbund, ein Kämpfer, der niemals hofft Die Stadt ist ein Kreis, die Dunkelheit Sein Thron, er regiert ohne Krone Doch sein Wort ist gesetzt Mit jedem Schritt, den er macht Hinterlös der Spuren Ein Zeichen für die Welt, das er niemals verliert Kleiner Kuppel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kuppel, in den Tiefen deiner Seele Lebt deine Macht Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er ins Schatten Ein Geist, ein Traum, ein Name, nur in den Geschichten Doch die Namen mir hinterlässt Erzählt von seiner Macht Kleiner Kuppel, der König der Nacht Für immer unerkannt Kleiner Kuppel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kuppel, in den Tiefen deiner Seele Liegt deine Macht Kleiner Kuppel, dein Name wird in den Gassen geflüstert Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte Der Kämpfer, der Kämpfer in der Dunkelheit Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht Kleiner Kuppel, dein Name wird in den Gassen geflüstert Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht Der niemals bricht In der Welt von Skum, wo die Sonne selten scheint Läuft ein kleiner Kumpel, den keiner kennt beim Namen Mit Rucksack voller Träume zieht er durch das Land Auf der Suche nach dem Morgen mit Mut und seiner Hand Kleiner Kuppel, halt die Hoffnung fest In der lauen Welt bist du unser bester Rest Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold Kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns heut Kleiner Kuppel, unterwegs im Skull Zwischen Ruinen und Wäldern, wo die Feinde lauern Zeit der kleine Kuppel, dass wir niemals kauern Mit List und mit Züge besiegt er jede Not Für Freunde und Familie zieht er durch den Tod Kleiner Kuppel, halt die Hoffnung fest In der lauen Welt bist du unser bester Rest Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold Kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns heut Team Warning 104 In der lauen Welt bist du unser bester Rest Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold Kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns holt Die Dunkelheit fällt und der Mond sich erhebt Weiß der kleine Kumpel, dass er nie vergeben strebt Denn im Herzen der Starken brennt ein ewiges Licht Und im Schatten der Furcht steht er auf, er bricht nicht Wenn die Dunkelheit fällt und der Mond sich erhebt Weiß der kleine Kumpel, dass er nie vergeben strebt Denn im Herzen der Starken brennt ein ewiges Licht Und im Schatten der Furcht steht er auf, er bricht nicht Oh, kleiner Kumpel, halt die Hoffnung fest In der rauen Welt bist du unser bester West Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold Kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns freut Kleiner Kumpel, unser Wissenskopf Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold In dem Herzen von der Stadt, wo die Schatten lauern Wo die Lichter flimmern und die Seelen verhauern Da lebt ein Mann, genannt kleiner Kumpel Niemand kennt seinen Namen In der Dunkelheit verschwindet er, ein Phantom in den Gassen Er lebt ein Leben im Verborgenen Ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen Doch hinter seinem Blick, da brennt ein Feuer Ein Herz aus Stein, doch sein Wille wird nie teuer Kleiner Kumpel, du bist der König, der lacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kehrst von Leuge, doch du bist nicht stark Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Wacht Leben ist ein Spiel mit hohen Einsätzen Kein Platz für Fehler, kein Raum für Schwächen Er kennt die Regeln, doch er bricht sie oft Ein Vagerbund, ein Kämpfer, der niemals hofft Die Stadt ist ein Reich, die Dunkelheit sein Thron Er regiert ohne Krone, doch sein Wort ist Gesetz Mit jedem Schritt, den er macht, hinterlässt er Spuren Ein Zeichen für die Welt, dass er niemals verliert Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kehrst alleine, doch du bist nicht stark Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er im Schatten Ein Geist, ein Traum, ein Name nur in Geschichten Doch die Namen, die er hinterlässt, erzählen von seiner Macht Kleiner Kumpel, der König der Nacht Für immer unerkannt Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht In den Ecken der Welt, wo niemand lacht Du kehrst alleine, doch du bist nicht stark Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht Kleiner Kumpel, dein Name wird in den Gassen geflüstert Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht Wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er im Schatten, ein Geist, ein Traum, ein Name, nur in Geschichten. Doch die Namen, die er hinterlässt, erzähl von seiner Macht, kleiner Kumpel, König der Nacht, ist immer unerkannt. Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er im Schatten, ein Geist, ein Traum, ein Name, nur in Geschichten. Doch die Namen, die er hinterlässt, erzähl von seiner Macht, kleiner Kumpel, König der Nacht, ist immer unerkannt. In den Straßen von der Stadt Wo die Schatten lauern, wo die Lichter flimmern und die Seelen verauern, da lebt ein Mann, kennend kleiner Kumpel, niemand kennt seinen Namen. In der Dunkelheit, verschwindet er, ein Phantom in den Gassen. Er lebt sein Leben im Verborgenen, ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen. Doch hinter seinem Blick, da brennt ein Feuer, ein Herz aus Stein, doch sein Wille wird nicht teuer. Kleiner Kumpel Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Sein Leben ist ein Spiel mit hohen Einsätzen, kein Platz für Fehler, kein Raum für Schwächen, er kennt die Regeln. Doch er bricht sie oft, ein Vagerbund, ein Kämpfer, der niemals hofft. Die Stadt ist sein Reich, die Dunkelheit sein Thron, er regiert ohne Krone, doch sein Wort ist Gesetz. Mit jedem Schritt, den er macht, den Tal lässt er Spuren, ein Zeichen für die Welt, dass er niemals verliert. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er in Schatten. Ein Geist, ein Traum, ein Name nur in Geschichten, doch die Namen, die er hinterlässt, erzählen von seiner Macht. Kleiner Kumpel, der König der Nacht, für immer unerkannt. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt dein Name. Kleiner Kumpel, dein Name wird in den Gassen gefüstert. Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht. Für diejenigen, die mich kennen, bist du der Letzte. Der Käfer in der Dunkelheit, denn niemals bricht. In den Straßen von der Stadt, wo die Schatten lauern, wo die Lichter flimmern und die Seen nicht verhauern. Da lebt ein Mann, bin ein kleiner Kumpel, niemand kennt seinen Namen. In der Dunkelheit verschwindet er, ein Phantom in den Gassen. Er lebt sein Leben im Verborbenen, ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen. Doch hinter seinem Blick, da brennt ein Feuer. Ein Herz aus Stein, doch sein Wille wird wie Feuer. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nie schwach. Kleiner Kumpel, in die Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Sein Leben ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Kein Platz für Fehler, kein Raum für Schwächen. Er kennt die Regeln, doch er bricht sie oft. Ein Vagabund, ein Kämpfer, der niemals hofft. Die Stadt ist sein Reich, die Dunkelheit sein Thron. Er regiert ohne Krone, doch sein Wort ist Gesetz. Mit jedem Schritt, den er macht, hinterlässt er Spuren. Ein Zeichen für die Welt, das er niemals verliert. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nie schwach. Kleiner Kumpel, tief in deiner Seele liegt deine Macht. Tief, wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er im Schatten. Ein Geist, ein Traum, ein Name nur in Geschichten. Doch die Narben, die er hinterlässt, erzählt von seiner Macht. Kleiner Kumpel, der König der Nacht. Für immer unerkannt. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nie schwach. Kleiner Kumpel, tief in deiner Seele liegt deine Macht. Kleiner Kumpel, dein Name wird in den Gassen geflüstert. Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht. Doch für diejenigen, die dich kennen, bist du der Letzte. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht. In den Straßen von der Stadt, wo die Schatten dauern, wo die Lichter flimmern und die Seelen verhauern. Dann gibt ein Mann, der ne kleiner Kumpel, niemand kennt seinen Namen. In der Dunkelheit verschwindet er ein Pantum in den Gassen. Er lebt sein Leben, sein Leben im Verborgenen. Ein Schatten in der Nacht, ein Mythos und Missungen. Puck, Puck, Pulsungen. Er ruft aus seinem Blick, dann brennt ein Feuer. Ein Herz auf Stein, das hält der Welt, wird nie teuer. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kennst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Sein Leben ist ein Spiel mit hohen Ansätzen. Kein Platz für Fehler, kein Raum zu schwächen. Er kennt die Regeln, doch er bricht sie oft. Ein vagabunter Kämpfer, der niemals oft. Die Stadt ist ein Reich. Die Dunkelheit sei Thron. Er regiert so ne Krone, doch sein Wort ist gesetzt. Mit jedem Schritt, den er macht, hinterlässt er Spuren. Er fahrt zu machen, ein Faschen für die Welt, das er niemals verlehrt, verliert. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kennst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht. In den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kennst alleine, doch du bist nicht schwach. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele liegt deine Macht. Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er im Schatten. Ein Geist, ein Traum, ein Name nur in Geschichten. Doch die Namen, die er hinterlässt, erzählen von seiner Macht. Kleiner Kumpel, in den Tiefen seiner Seele liegt er nacht. Kleiner Kumpel, dein Name wird in den Klassen geflüffert. Ein Held, ein Stucke, ein Mann ohne Gesicht. Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals spricht. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals spricht. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals spricht. In den Phasen von der Stadt, wo die Schatten lauern, wo die Lichter flimmern und die Seelen verhauen. Da lebt ein Mann in einer kleinen Kumpel, niemand kennt seinen Namen. In der Dunkelheit verschwindet er, ein Fantom in den Gassen. Er lebt im Verborgenen, ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen. Doch er nimmt aus seinem Blick, da brennt ein Feuer. Ein Herz auf Stein, doch seit Wille wird nie teuer. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist die Fahrer. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele, lebt deine Macht. Sein Leben ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Kein Platz, ein Fehler, kein Raum zu schwächen. Er kennt die Regeln, doch er bricht sie oft. Ein Wanderbund, ein Kämpfer, der niemals hofft. Die Stadt ist ein Kreis, die Dunkelheit, sein Thron. Er regiert ohne Krone, doch sein Wort ist gesetzt. Mit jedem Schritt, den er macht, hinterlässt er Spuren. Ein Zeichen für die Welt, das er niemals verliert. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist die Fahrer. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele, lebt deine Macht. Und wenn die Sonne aufgeht, verschwindet er ins Schatten. Ein Geist, ein Traum, ein Name, nur in den Geschichten. Was den Namen mir hinterlässt. Erzählt von seier Macht. Kleiner Kumpel, der König der Nacht. Für immer unerkannt. Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht, in den Ecken der Welt, wo niemand lacht. Du kämpfst alleine, doch du bist nicht wahr. Kleiner Kumpel, in den Tiefen deiner Seele, lebt deine Macht. Kleiner Kumpel, dein Name wird in den Gassen geflüstert. Ein Held, ein Schurke, ein Mann ohne Gesicht. Doch für diejenigen, die ich kenne, bist du der Letzte. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht. Der Kämpfer in der Dunkelheit, der niemals bricht. Der niemals bricht. In der Welt von Skum, wo die Sonne selten scheint, läuft ein kleiner Kumpel, den keiner kennt beim Namen. Mit Rucksack voller Träume zieht er durch das Land, auf der Suche nach dem Morgen, mit Mut und seiner Hand. Musik Kleiner Kumpel, halt die Hoffnung fest. In der lauen Welt bist du unser bester Rest. Mit dem Herzen auf Stahl und dem Willen aus Gold, kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns heult. Kleiner Kumpel, unterwegs im Skum. Musik Kleiner Kumpel, unterwegs im Skum. Kleiner Kumpel, halt die Hoffnung fest. In der lauen Welt bist du unser bester Rest. Mit dem Herzen auf Stahl und dem Willen aus Gold, kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns heult. Musik Musik Wenn die Dunkelheit fällt und der Mond sich erhebt, weiß der kleine Kumpel, dass er nie vergeben strebt. Denn im Herzen der Starken brennt ein ewiges Licht. Und im Schatten der Furcht steht er auf, er bricht nicht. Musik Musik Wenn die Dunkelheit fällt und der Mond sich erhebt, weiß der kleine Kumpel, dass er nie vergeben steht. Denn im Herzen der Starken brennt ein ewiges Licht. Und im Schatten der Furcht steht er auf, er bricht nicht. Musik Oh, kleiner Kumpel, halt die Hoffnung fest. In der lauen Welt bist du unser bester Rest. Mit dem Herzen aus Stahl und dem Willen aus Gold, kämpfst du für den Morgen, auch wenn die Nacht uns heult. Kleiner Kumpel, unser Wissenskopf. Musik 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 Die Schlafen von der Stadt, wo die Schatten lauern Wo die Lichter flimmern und die Seelen verhauern Da lebt ein Mann, genannt kleiner Kumpel Niemand kennt seinen Namen In der Dunkelheit verschwindet er, ein Phantom in den Gassen Mit dem Leben im Verborgenen Ein Schatten in der Nacht, ein Mythos unbesungen Doch hinter seinem Lichter brennt ein Feuer Ein Herz aus Stein, doch sein Wille wird nie teuer Kleiner Kumpel, du bist der König der Nacht In den Händen der Welt, wo niemand läuft Du kehrst alleine, doch du bist nicht wahr Kleiner Kumpel Was? Dein Baumstamm zerstörst du? Habe ich doch gar nicht Habe ich den kaputt gemacht? Hallo bei Lulebu Ah, da ist er ja Ich dachte schon, Discord spielen drum Negative Ähm, du bist doch nicht mal im Spiel drin und ich bin schon gestorben Ich bin doch nicht mal im Spiel drin, da kannst du mal sehen, wie schlecht du eigentlich bist Ah, Alter Da kam dieser dreckige, komische Tiger da direkt hin Lädst du mich mal bitte ein? Das hatte ich eigentlich getan Aber hier nochmal einladen Krano, einen wunderschönen guten Abend Gehört nicht, einmal, oder doch Sinn du weißt oder weißt nicht? Was denn? Das Spiel Was ist mit dem Spiel? Jetzt werde ich jetzt gleich hin Das sagt gerade aus, das wird Absturz sein Achso Was ist denn jetzt los? Ich war gerade drin und dann hieß es, I'm thirsty und jetzt bin ich mal wieder rausgeflogen gekannt oder was? Nein Unterholz Heute erstmal Was ist das denn? Heute erstmal pitzelt und dann Jamsweg jetzt wieder Achso So Nicole, du Klapsspotten, wo bist denn du jetzt da? Äh, an der Base So, was wollen wir machen? Wollen wir jetzt die Nacht nochmal übertudeln? Äh, die ist schon durch, glaube ich glaube, wird gerade wieder Tag Ich habe das Lager vorher jetzt kaputt gegangen, weil ich geschlafen habe und es ist auf einmal kaputt gegangen Und ich bin hier gestorben, weil hier irgendwie dieser Tiger kam Aber der müsste ja jetzt wieder weg sein Also gehen wir weiter sozusagen Ähm, von mir aus Gleich das ist ja auch wieder kaputt Ich wollte hier eine Kiste bauen, aber Wir haben keine Lehmziegelsteine Ja, mach mal Und wie mache ich das kaputt? Aha Oh, Stücke Ich kriege die Materialien wieder Das war eine Schlange Ich habe das war so dunkel Ich habe das gar nicht gesehen, dass es eine Schlange war Ich bin gerade überlegen, ob man das Ding hier bauen kann Was hier vor mir steht, diesen, äh, diesen Äh Ja, Trockengestell Weil das Trockengestell können wir vielleicht gebrauchen So ein Fleischabhängig soll sich dann länger halten Ich habe mich irgendwo muschelt Wir können da auch Blätter drauflegen Richtig Ähm, wohl Ja, dann, äh, sag an, welche Richtung Seine Seine War das nicht schon vorher hier? Ja, war So, ich bin wieder durstig Das war nicht Das ist mal ganz gekonnt, wo wir jetzt offline waren Das Zeug verdorben Was ist das für eine Scheiße? Ja, das habe ich auch gesehen Und mir ist das Zeug auch verdorben Scheint wohl irgendwie zu verderben Währenddessen, wenn wir hier ingame sind Das ist ja komisch irgendwie, oder? So, egal So, pass auf Jetzt müssen wir Aber weißt du, woran das nutzen könnte? Weil es ein Multibail-Game ist Yeah Vielleicht läuft das weiter Ich würde sagen Wir gehen jetzt einfach mal Richtung 41 24 Zu diesem roten markierten Roten Ach Gott Wo? 42 42 Was? 41 6 Oh, noch 4 Tage und dann ist Weihnachten Ähm Wir müssen jetzt Wir sind 46 46 46 sind wir jetzt Das ist da drüben Wir müssen in Richtung 40 24 24 40 26 Das heißt Wir müssen einfach nach Ost Ganz salopp gesagt Na dann Na dann Das einzige Weges Licht Wie das hier Ja, diese bunten Blumen Können wir auch mitnehmen, ne? Oder auch nicht Ja, ne Ich darf Weiß ich Vielleicht endet man hier auch anders Achso, ich muss mich mal kurz Ja Wir bauen jetzt erstmal ein Plattenbett Damit man hier nicht hinter dem Fußboden fängt Wurde Und ein Dach hier Oder auf hier Guck mal her Wir bauen jetzt erstmal hier ein Bett Und hier Warum es nicht Ja Blätter brauchen wir denn überhaupt Den Palmblätter Was Ja Ach, Palmblätter Toll Palmblätter Bananenplatte Das ist unterschiedlich Das ist ein bisschen geschehen Boah Na toll Na toll Ja 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 Die Großen Ja Ist doch hier vorne Auf dem Fall Ja Ich werde eh gleich sterben Das ist alles Ist ja 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 und wie gefällt es euch das game bis jetzt ganz gut wenn wir nicht dauernd sterben ja ich lege mich ich muss mit der hängematte legen weil ich habe mich dann zu unmacht bei dir ist nicht gleich viel anders so ach so du schläfst so gerade sag doch was ja lache ich habe wieder aufgestanden hat einen besseren titel für die serie nicole und sein kleiner kumpel der tote hat und so ich würde sagenoooo Du siehst, du siehst Hüterlang. Wir sterben eh gleich alle beide. Oder wir töten uns jetzt einfach. Warte, wir sterben jetzt. Ja, ne aber dann, aber. Was denn. Dann haben wir die paar Residen weg, oder du willst das mit kurz vorm Sterben alle beide losloben? Aber, mhm. Warte mal, ich hab nicht. muss man hier wieder dass man hier dann immer alles dahin legen muss voll nervig schön dass du jetzt bei mir mit hinlegst du ein Held wie viel habe ich von den Scheiß drin hier drinnen vor der dreck eigentlich aber nee aber ja aber ich bin schon kennengelernt noch nicht ich habe ich habe ich habe mich auf dem stachel auf dem man doch auch hier einfach 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 mal drauf halten und dann sticht er dich da hier ist es natürlich sein dann muss ich euch gleich wieder schlafen legen weil ein ID Schüler zur Hilfe ist oder man lässt es jetzt einfach so aber ja komm sofort Fisch sieht Nico Nico sieht Fisch Fisch tot nee warum die Költe nee lass uns abwechselnd machen zusammen recht dunkel ja und dann schlafen wir dann noch mal da ins Video ähm lesen wir gelernt sind ja ähm Fisch sieht Nico Nico sieht Fisch Nico tot na los dann bauen wir mal das zu trinken das geht mir auch na los komm jetzt erscheinen wir doch auch so hier und 20 das ist immer schon so kurz vorm Töte und das ist was los gewesen ist ja super weil wir beim schlafen einfach alles verballern ich bin mich jetzt immer noch mal da müssen wir halt einfach hier kommt Bananen essen wir müssen jetzt wurde schon wieder ein clip gemacht hast du hier guck mal hier ist eine Wandererspöne drin gewesen hast du die Käfigfalle hingebaut jo nein folge eins der Mantarochen was hast du da für ein grünes Spielzeug ach schau die spinne ich habe die spinne nicht gesehen die serie schaue ich mir an der mini ist niemand da rochen aus der Höhle na komm wir wollen doch mal ja hier lang bis mal warte mal ich muss mich untersuchen bevor es wieder schlimmer wird das hab ich schon wieder wie ging das gleich noch äh C gedrückt halten und immer du siehst das ja wenn unten links über dein Leben dann äh ne lupe angezeigt wird dann weißt du dann solltest du dich mal angucken dann ist die dann ist die dann werden wir dann geht es bestimmt um Feuer kalt oder heiß komm können wir ja Hier, guck mal ne Echse. Und weg ist die Echse. Das hier kann man mitnehmen. Wenn ich wüsste wo der Hitpoint ist, da ist er. Wir drei sind diese Pilze S-Buffen. Wohl nicht. So. Minimum einmal. Hier ist eine Höhle. Na das ist die wo ich letztens drin war. Hier mit den töten Köppen? Weil da oben seit Jahren liegt. Und das brauchen wir wofür? Keine Ahnung. Leider ist meine Werte nicht aufhören. Slowakei, Rumänien. Und... Alles weg! Nein! Sie gesprochen, wie folgen wir heute reden können. Eieieiei. Da lang müssen wir auch. Ich will in die richtige Richtung laufen. Ich habe einen Tocan Körper gefunden. Was hast du gefunden? Eine Tocan Körper. 44 27. Wir kommen näher. Was sind hier nicht Bananen? Ne sind nicht. Mich nervt das, dass du immer trostig bist. Hier bin. Das geht dann doch schon ein bisschen auf die Quartalsnüsse. Hier gibt es Nüsse. Oh. Wir haben gerade Nüsse. Wir haben gerade Nüsse. Wenn du eine Kokosnuss findest auf dem Fußboden, sag Bescheid. Weil dann... Hier eine Mausekörper habe ich gefunden. Das wollte ich gerade mitnehmen. Hat er mir einfach weggenommen. Ja, eiskalt. Äh, wie ist das gleich noch? Äh, die Kokosnuss hängen doch am Baum oder nicht? Ja, da liegt immer... Wenn einer auf dem Fußboden liegt, dann hängen noch zwei, drei auf dem Baum. Das Problem ist, es wird dunkel. Wahrscheinlich wieder. Es wird hell. Wir sind doch gerade um vier. Hier liegt der Kokosnuss. Was? Dann muss hier oben irgendwo... Was ist der Baum hier? Der ist das. Der hier ist das. Du sollst doch nicht den Baum fällen, du sollst was hochwerben eigentlich. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie läuft man dann hoch? Äh, mit der Maustaste. Mit der Maustaste? Ah. Äh, cool! Kokosnuss! Ja, yeah! Geil! Ist noch einer oben? Ich glaube, ja. So, dann legst du die auf dem Fußboden bitte und haust einmal mit deiner Axt drauf. Danach kannst du trinken, was drin ist. Und mitnehmen erstmal so. Kann man ja irgendwie füllen. Nee, richtig. Nee, wir brauchen Schalen. Füllen habe ich ja schon zu wichtig. Aber ja, mitnehmen. So, da müsste... Warte mal, war das der Baum? Ist der eigentlich... Das ist der Baum, ja. Da hängt doch noch was. Warte mal. Ja, dann werfen wir hoch. Äh. Und der kommt runter. Zack. Jawoll! Oh nein, wo ist meine Axt? Tja, was ist denn anders denn? Ich bin hier runtergekommen irgendwo. Scheiße. Becken liegt hier. Neee. Die ist jetzt schweig. Na gut, wir sind jetzt mal weiter. Hier wird die Kokosnuss geklaut. Mann. Och nee. Meine Axt. Ich habe ja nichts für mich zu verteidigen. Mit Axt kann sie nicht fehlen. Komm. Scheiße. Wir sterben bald wieder. Ja. Ja, aber wie soll ich denn? Ich muss doch jetzt die Kokosnuss wieder. Ah. Mist. Die ist doch runtergekommen, die Scheiße. Kacke. Dreckswitzkacke. Nee. Steine. Kloppen geht nicht. Kommst du jetzt oder nicht? Ja, hinter dir. Dann haue ich halt die Pille mit der anderen nach. Achso. Soll ich die auf den Fußboden legen? Leg die auf den Fußboden. Bitteschön. Äh, warte. Ja. Weil wir müssen, ich muss bald wieder schlafen. Das heißt, wir müssen bald wieder sich ein Ding aufbinden zum Bett wollen. Weißt du das? Wenn wir jetzt schlafen gehen, geht unser Leben wieder runter. Ja. Ich sag aber, wir haben bald keine Energie mehr. Kann ja nichts sein, dass die Energie so weit rumzustellen. Ja doch, weil wir nichts zu essen haben. Scheiße. So circa. Aber wir filmen heute nur mal die Tode. Oh, unbekannte Frucht. Ja. Ja. Da hängt noch eine. Ich habe jetzt nicht alle weg genug. Bei mir hängt keine, ja. Doch, da hängt noch eine. Da hängt noch eine. Siehst du die nicht? Ne, nimm sie mit. Kann man sich die Sachen also nicht klauen? Theoretisch nicht, weiß ich nicht. Frucht tötet Parasiten. Ah! Die Frucht, die unbekannte Frucht, die du gerade hast. Die aussieht wie so eine kleine Pele. Tötet Parasiten. Jetzt kann man direkt schon das Wasser trinken. Und dann Masse und dann Parasiten wegmachen. Das ist die Frucht, die der Parasiten wegmacht. Hat doch keiner gesagt, dass er beim Kokos auspflücken überlebt. Ja, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass er drauf geht. Ey! Mann! So, wohin habe ich gesagt, gehen wir? Äh... 26, 40. Äh, in 40. 26. Da auch müssen wir kommen. Wenn wir dann hier auch irgendwie kommen. Aber bei mir sagt er jetzt, wir müssen uns ausruhen. Ja, bei mir auch. Das heißt, wir müssen hier, so hart wie es klingt, auch schon mal einen Unterschlupf bauen. Also spenden wir halt am Fußboden. Komm mal her und mach mal den Busch kaputt. Das hier kannst du sammeln. Die Pflanze. Echt? Wie denn? Die müsstest du glaube ich gesammelt haben. Das ist eine Pflanze gegen irgendwas. Keine Ahnung. Na, deine Technik war schon... Ach ja, unbekannte Blume. Ach ja, unbekannte Blume. In die Luft werfen und nach oben. Mach das mal in real life. Ach, achte auf deine Gesundheit. Ja, ich weiß. Oh, hier ist ein Bananenbaum. Wie? Kein Platz mehr. Ja. Na toll. Was ist das für eine Karte? Ich hab keinen Platz. Man kann die Bananen... Warte mal, kann ich die auch so fressen? Ja, ne? Ja. Das Spiel kennen wir doch aus der Jugend, oder? Hochwerfen. Der letzte, der sich bewegt hat, gewonnen. Ja, genau so. Hallo Kollege. Ich bin vergiftet. Wie, du bist vergiftet? Was? Was bist du da? Was hast du denn gefressen? Nichts, ich wurde gerade von irgendwas gebissen. Ähm... Ja, diese Pflanze, die kann man, also... Mann, scheiße. Warte mal. Scheiße. Ach, Mann. Ja, das ist jetzt natürlich doof, wenn du... Weil ich hab keine Bandagen. Eine Heilmittel? Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen Platz auch schnell noch ein Bett bauen, damit ich mich ja hinlegen kann. Jetzt frau ich dafür. Äh... Palmblätter. Äh... 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 Bett ist wo? Ich fall um. Oh nein. Nein. Ah, du bist aber nur bewusst... Ja, du kannst mich... Richtig. Du kannst mich wieder aufheben. Oh ja, kann ich. Dann hab ich wieder Energie. Nein! Jetzt bin ich Pessed Out! Ich bin Skorpion oder sowas. Sag dem Kumpel mal, dass er gar nicht so hässlich ist, wie du immer gesagt hast. Oh nein. Ich baue dir doch ein improvisierter Axt und Stein zum Axtkopf. Seine aus Stecken und noch einen Stock fertig. Ja, aber ich hab keine Steine. Könnt ihr mal nicht umfallen? Ach komm. Aua ab. Könntest du einfach mal ein bisschen mitmachen? Ich bin doch schon dabei. Ich mach ja das meiste. Ich mach ja das meiste. Ich bin die Motivation in Person. Warum legst du jetzt alles weg? Weil ich kurz vor dem Stern bin. Äh... Da schläge ich hin. Schlaf erstmal. Ich bin tot. Aaaaah! Wo hast du dich nicht hin? Warte, warte, warte! Warte, warte! Oh Junge. Jetzt bin ich tot, oder? Mann! Hebe mich wieder auf. Ne, ich bin tot. Ich bin tot. Boah, jetzt hat man ein Bett gebraucht. Ja, weil das zu lange dauert. Du quatschst so viel. Ich sag mir, wir müssen dringend ein Bett bauen. Ich bin kurz vor dem Verrecken. Das bringt das nicht, wenn du anfängst. Das Bett war doch schon fertig. Du musst noch ein Ding brauchen. Ah, das musst du dort warten. Ich werde mal, wo ich jetzt wieder rauskomme. Warte, warte, kann ich das... Musst du das nicht mein Zeug klauen? Ich wollte die Axt einsammeln, aber... Die ist weg, weil die noch eine Klamotten lag. Aber die hat geblinkt. Ich wollte fast geblunken sagen. Mann, da gibt's halt keine Steine. Da gibt's auch nicht. Die sind so schwer... Schwerkraft und Haare zum Teil. Die Jugend gibt... 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 Gibt halt... eine Steine... Das Tagesablauf... Wo war jetzt schlafen? Man hat... Und dann sich von Insekten... Was? Sich von Insekten... Fischen... Und Nüssen töten lassen? Und dann schlafen... Danke Chrissi, dass ich recht hab. Steck mal den Finger in... Deine Firma hat in Österreich auch ein Werk... Die haben erzählt, dass in Österreich keine... Die haben erzählt, dass in Österreich keine... Nein! Ach! Ach! Das ist bloß bewusstlos! Oh Gott! Scheiße! Hauptsache, der Vogel... Liegt da... Er... Zucker... Er zuckt den blöden Autor. Oh Gott! Bitte nicht onstream... Was? Den Finger in den Popo stecken! Er... Du läufst in die falsche Richtung! Das sehe ich, weil... Du dich von mir weiter weg entfernst. Jetzt läufst du in die richtige Richtung! Komm ich näher? Ja... 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 Da kann ich... Wenn er... Was macht... Grüß dich! Ne... Ich muss das so sagen... Bei Reni zuhören! Ne... Das war nichts! Aufwachen! Ne... Du läufst wieder in die falsche Richtung! Ja... Ich muss doch erstmal dort hochkommen! Den Nasenbär! Ne... 1.9... Den hätt ich dir schenken lassen! Wie oft stirbt man denn da? Hast du immer noch keinen... Def-Counter? Ne... Oh, das kompliziert ist... Diesen scheiß Def-Counter einzubauen! Kann sein, dass du die Dinger nicht an sind... Doch! Die sind an! Aber die catchen mich grad halt einfach nicht! Oh... Ich weiß nicht, warum ich da hoch komme! Wur-Fargen? Ey, jetzt hab ich einen Wur-Fargen! Hast du irgendwas gefunden? Ja, ich hab einen Wur-Fargen wahrscheinlich gefunden! Schön! Ich hab ne Kletterstelle gefunden! Deswegen will ich jetzt wie ein Wur-Fargen... Doch, ich könnte mal gucken, wie ein Wur-Fargen gebaut wird! Brasilianische Wanderspinne! Buah! Buah! Wur-Fargen! Ich brauche eine Kletterausrüstung! Ja toll! Wie immer das... Das Kranke erschreckt sich nicht! Krieg doch nix für! Äh, das weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich bin schon wieder wach! Okay! So... Steine hab ich aber immer noch nicht in der Tasche! Mach mal dein Uhr auf und sagen wir mal, wo du bist! Äh... 45, 30! Ich bin zwei... Oh, meine geistige Gesundheit geht schon wieder rum, weil ich wieder irgendeine Kacke an meinem Körper habe! Oh nein! Äh... Ich hab schon wieder Würmer im Körper! Scheiße! Äh... Bäh... Aber weißt du was? Ich bin jetzt sechstens... Ich bin jetzt sechstens... Ich bin jetzt noch Maden in der Tasche! Ja, bei mir... Da lachen wir euch rum, bei mir glaube ich, wenn du Glück hast! Die Maden können das glaube ich weg... Jetzt hört sich echt eklig an, aber es sollte glaube ich funktionieren! Glaub ich! Nee, ich hab hier keine in der Tasche, obwohl ich... Irgendwann bei mir habe ich gesagt... Ach... Bist du auch immer zu in deinem Leben? Nee! Nö! Hier liegen keine Maden rum! Nee! Leg dich mal hin! Ich kann mich nicht hinlegen! Soll ich mich hinlegen? Mit ner Nadel aufstechen zuerst... Nein! Och, nö! Ich hab keine Nadel, Kranu! Äh... 1.0! An ihnen liegen hier immer nur Riesensteine... Was will ich denn mit dem Scheiß? Was? Bin 0815? Wie du bist 0815? Der kann sich sowieso nicht erschrecken! Sieht sich jeden Tag im Spiegel! Ich werde was erfahren! Der schreckt man sich nicht mehr! So schnell! Boah, du Arschle! Dann nimm einen Löffel! Ja, nee, das geht ja nicht! Nö! 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 So Nicole! Es musst du mich die ganze Zeit ertragen, weil deine Madame sich wieder beschwert hat! Nö! Nö! Macht nix! Wir haben ihm einfach... Was? Wir machen ihm halt einfach den Chat zu! Mit sinnlosen Dingen! Achso! Okay! Meine Madame hat sich beschwert... So! Ja! So! Weil ich niemanden begrüßt habe! Entschuldigung! Doch! Eines wurde ich noch begrüßt! Und für deine Madame! Eine bodenlose Freistadt, was sie erzählen! Und weil ich zu wenig den Chat beobachte, hieß es! Was ich so nicht glauben kann, weil... Das ist heute nichts Neues! Ey! Schweig den Wörter über! Das heißt, ich darf jetzt nicht mal rülpsen, forzen und blöden! So! Ich bin jetzt 44,29! Wo bist du? 45,30, ne? 45,30! Das heißt, ich müsste das Wald in deiner Nähe sein! 45,29! Da hinten bist du... Ja! 45,30! Ah, ich seh dich! Ah, ja! Hast du dich aufs Bett gelegt, zum ausruhen, damit du zumindest hier spawst, wenn du stirbst? Äh... Nee! Wollte ich, hatte ich nicht mehr geschafft! Abgesehen von, dass ich kein Dings mehr habe? Ich habe auch nichts... So, wir sind jetzt 45,30, ne? End mal kurz durch! Ach, besser! Das haben wir hier unten! Völlig falsch! Ach! Ich war beim Wurfhagen! Ah! Ich muss einen Wurfhagen bauen! Dann können wir erst zu A2 hoch! Also da, wo ich war, war gut! So! Es ist die Frage, wie gebaut man einen Wurfhagen? Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich brauche erstmal irgendwas, um hier die, äh... Ich brauche... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Kann man aus Stöcken nicht auch irgendwelche Zahnstocher oder irgendwelche kleinen Dinger machen? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Da brauche ich wahrscheinlich eine Axt zu oder irgendwas zum Schnitzen wahrscheinlich, ne? Weil Knochennadel habe ich nicht! Würmchen... Ja, aber ich habe keine Knochen! Ich glaube, es müsste auch mit Stöcken gehen! Scheiße! Aufmerksamkeit sei jetzt für alle! Stimmt! Aber da gibt es doch ein Dingsjahr! Ich habe... Hallo, Nico! Äh, hallo, Chrissy! Ja! Hallo, Chrissy! Oh, warte! Ich habe einen großen Stein! Da, Bauerspacht! Ich habe nicht Glück aber mir... Ja, der Nicole... Das ist normal, der Nicole ist immer schlimm! Aber wie gesagt, das dauert wieder eine Weile, bis wir wieder vorankommen, bis Nicole hier fertig ist, mit was auch immer! Ach, komm! Lass mich doch in Frieden, ey! Warum kann ich jetzt hier aus dem großen Stein keinen... Ach, weil ich einen Stock brauche, ne? Quasi! Achso, ja, draufschlafen! Warte mal, haben wir nicht hier irgendwo gefällt? Nicht noch irgendwo... Ah! Alter! Mich haben Ureinwohner... Hä? Mich haben Ureinwohner getätet! Also ich... Also ich würde mal sagen, Nicole ist schon ein bisschen komisch, weil... Ich sehe ja keinen Ingenieinwohner. Ich glaube, da hatte ich auch Halluzinationen gehabt. Oh, Mann! Jetzt lacht der Spieler noch aus! Na, die Infektion ist weg! Und dann kam der riesen Rauch vorbei! Ach, Mann! Ja, ja, die Psych ist wirklich kaputt im Game, da hast du recht! Du sammel ein hier, dein Scheiß! Wie die Psych ist kaputt im Game? Ich weiß nicht, er hat 1.0 geschrieben bei mir! Und hallo Chrissi! Oh, du Chrissi! Wie könnte ich dich denn angeblich nicht vergessen, hallo zu sagen, Chrissi? Ich hoffe, du bist nicht ewig böse, Chrissi! So, das muss reichen! So, wir müssen jetzt ja wieder zurück, weil wir sind falsch! Weißt du, wo wir jetzt sind? Wir sind drinnen an dem Plus, wenn du mal MF machst! Ich wollte jetzt erst mal... Ja, natürlich! Du kannst auch noch eine halbe Stunde! Ich brauche erst mal machen! Dann mach erst mal! Ich bleibe jetzt hier! Na, hau mir mal hier so ein Ding kaputt! Ich hab... Ne, warte mal! Hier muss doch irgendwo ein Stamm rumliegen! Großer Stock! Hatten wir hier nicht eine Palme zerschlagen? Hier müsste doch noch ein Stock rumliegen! Lange! Kacke! Nehme ich die Steinhand mit! Ist immer so weit! Urinstinkt! Folge 2, die Ureinwohner! Ja! Welche sind Cannibale und welche nicht? Finden wir es raus! Dann weiter! Warte mal! Näh! 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 Ist das so... Gäste faszinier! Noo! Da hab ich mit… DIED Ne, Schutze! Ne, Schutze! Da war eine Schlange, die hat mir fast die Eier abgebissen. Guck mal hier unten das Wasser, ich würde sagen wir... Ne, war einfach so vorbei. Ich hoffe, du wirst glücklich mit deinen großen Steinen. Dann hebe ich mir auf, bis ich irgendwann mit einer großen Axt machen kann. Ich denke mal, das wird da sein. Oh, wir haben fast geschafft. Pickel, Ricky, was geht's? Moin. Schön, wie ich heute nennen und hier rüberkomme. 41,3. Wir sind außerhalb der Map. Läuft. Wie, wir sind außerhalb der Map. Was muss ich denn? Bist du krank? Hier springen wir rein. Okay. Nein, mein Stein. Das ist der einzige Freund, den ich hatte. Das ist... Wulver. Das ist noch ein großer Stein. Ja, das ist ein großer Stein. Mir reicht doch ein kleiner. Gebt mir auch mit einem kleinen Stein zu reden. Beziehungsweise mit zwei. Zwei kleine Steine. Hättest du ihn um den Hals gewonnen haben. Ja. Die Karte ist doch noch nicht alles, was es da gibt. Boah. Ich muss mich schon wieder untersuchen. Öh. Mach das weg. Bleh. Bleh. Sag ich, ihr scheiß Blut-Igel. So. Banane. Sie sind auch keine kleinen Stein mehr. Aber das ist so. Wir müssen uns langsam wieder unter Nucke freuen. Aber das wäre es so. Aber wir haben ihn nicht. Ja, aber zwei Stein ist nicht ein Stein. Mann. So. Oh, Larven. Endlich. Geil. Jetzt habe ich immer mehr ich. Ja. Wohin? Da hinten vielleicht. Hier geht es so mit einem Baum schon nochmal rüber. Oder so. Ach nee, wir sind von mir gekommen. Du siehst, dann freut mich einsteigen. Nee. Warte, jedenfalls. Danke fürs Saubermachen. Warte mal, was war denn das da gerade? Ey, ich kann dir die Blut-Igel am Bein abnehmen. Mir? Ja. Du hast Igel am Bein. Oh, danke schön. Ich kann sie dir entfernen. What the fuck? Ich kann nur noch deine Wunden bearbeiten. Das ist ja ekelhaft. Ja, da drüben ist sowas. Und wir kriegen es halt nicht weg, ne? Das Zeug hier. Das ist das Problem. Viel Spaß im Lack, Vicky. Gibt es... Was? Es gibt noch weitere Karten. Ja, dann lass uns doch mal wieder einen Karten zurechtkommen, ne? Ist die Absicht, dass es Nicolt bei dir so leid ist? Ist er bei mir leise gestellt? Das hat er sich wieder leiser gemacht heute, oder Nicolt? Er weiß. Vielleicht bin ich ja leiser bei ihm. Oh, ich mach mal was. Nee, eigentlich nicht. Aber so, ich hab dich mal lauter gestellt. Ich ball eh gleich um. Hast du was gefunden zum Bauen, ne? Nee, nur eine Leiche. Warte mal, ich kann den Schlott sammeln. Was passiert dann? Halt noch Knochen. Hab ich jetzt... War noch was. Knochen. So, die nächsten Pickel blasen können. Komm, jetzt hab ich Nadel. Noch ein Knochen. Scheiße, der Knochen ist nicht groß genug. Irgendwie ist das schon voll hier. Gelaufen. Gelaufen. Noch ein bisschen... Was ist das hier? Scheiße. Nee, wenn ich essen soll. Pressen wir heute nochmal Bananas. Oh nein, jetzt sind meine Werte wieder leer, ne? Nee. Ach nö! Scheiße. Ja, ich falle mal um, Nicole. Also Nicole, so kommen wir zumindest nicht weiter, wenn du da immer irgendwelches Runkeier machst, aber nicht mal irgendwas mitmachst. tja was soll ich machen du willst irgendwohin ich folgte ich weiß ich kann gar so der karte nicht genau ich wollte mein bett bei dem wird man das mal haben ja damit man sehen können was kannst du auch welche dran packen was meinst du dran packen was soll ich dran kannst du nicht die nimmst du ab und schmeißt die weg die kriegst du nicht ins inventar vielleicht kann ich ihnen larven dranhängen fertig ja wo ist denn das blatt gewesen hier du kannst ja auch mal gucken wo wir hin müssen es gibt nur ein bett wir hatten und zweit ist was mich hier hat nur eins sind aber schon mal stück weiter gegangen ich würde sagen wir mal weiter gehen jetzt keine ahnung also wenn man kein punkt hat wo sind jetzt wo wir sind jetzt 45 31 46 36 46 46 46 46 wir sind da ja was hältst du davon wenn wir einfach mal richtung norden gehen die ganze zeit laufen wir halten uns hier so am randgebiet soll das mal probanen essen an deiner stelle habe ich schon die ganze zeit das ist jetzt unser gefahren unbekannte nuss hat er alles eingesammelt da haben wir wasser machen wir hier hoch wird es auch noch mal kurz waschen vor verletzungen kriegen und dann noch die entzündungen sind gesund ich stecke sie in den mund zwei idioten einen gedanken und jetzt lassen wir das ganze immer weiterlaufen jetzt schelte mal vor dass er so zu einer frau kein platz mehr im rucksack vorher ist man nicht zwangsläufig was gefunden haben wir gefunden das ist da wo man gerade eben war du bist aber du willst ja da hinten lang gelaufen ja müssen wir sind eine kurve gerannt loslauf weiter vielleicht laufen wir ja warte mal wir sind bei 25 laufen wir mal jetzt wieder richtung versuchen wir zu diesem a2 zu laufen lauf einfach ne zu a2 brauchst du nicht da brauchst du einen kletterhaken da wo er stand dich vorhin deswegen ist ja diese weiße markierung jetzt nicht da auf der karte aber die weiße markierung ist nicht direkt bei a2 nein aber du kommst dort nicht hin weil da wo die weiße markierung ist ein großer berg ist und da kommst du nur mit dem kletterhaken hoch da stand dich aufgrund da ich würde es einfach sagen wir laufen hoch bis zu dem fluss im norden und dann komm mal zu mir habe was gefunden siehst du mich oh ist das denn o t keine ahnung tagetbucheintrag spuren von eingeborenen sie benutzen kein alphabet sondern einfache zeichnung mir konnte mir immer bei übersetzen helfen der wind heult ist etwas hinter dem felsen 46 24 ach so das sind die koordinaten die wir jetzt gerade aktuell haben also kann man hier rein nur jetzt noch nicht hat das blaue menschen der rucksack sieht ein bisschen aus wie von der von einem veganer hast du dir das überlegt nicole zu folgen jetzt habe ich mir nicht überlegt nicole zu folgen das ist eigentlich ehrlich ganz gesagt wir müssen weiter hier hinten lang laufen mit zu lesen und kommen mit einigen herauf zu lesen warte mal gibt es irgendwas kohlenhydrate und lebensmittelvergiftung eins das ist schön mag ich wunderbar auch kohlenhydrate so selbst gegen lebensmittelvergiftung ach so verdorben verdorben was wer hat eine vergiftung er hat eine lebensmittelvergiftung fragt die eine ne und kürzen bloß vom lauf ich habe mal vom füße gekürzt weiß kann hier ist so ein hoher berg da kommen wir irgendwie nicht hoch wenn wir in den norden wollen müssen wir irgendwie hoch kann das sein dass wir dann nicht nicht drumherum kommen denn a2 zu machen da geht ja nicht wenn du wissen du weißt du wie man einen hinterhaken baut zufällig äh ne aber siehst du ich auch nicht aber vielleicht 1.0 ich glaube das müsste wahrscheinlich erstmal die baublan dafür finden oder ich denke mal vielleicht mit stein und mit ah warte mal ich habe ja was gefunden oh kletterhaken wurfhaken was wie wer ja neuer und hier ist wieder kletterseil warte mal erwarte mal vielleicht musst du einfach nur seide zusammenhauen schon mal drüber nachgedacht na mach mal komm mal seide zusammen ich brauche noch rest äh hier ist ein schlafplatz mal vielleicht dann noch ein stock ich habe halt keinen stein ich will jetzt nur einen stein dazu packen ähm ich habe keinen stein ja wahrscheinlich der stein wickelt sich denn drum ich habe nicht irgendwo ein großer stein rum wahrscheinlich nicht denn wenn man wieder einen braucht ist keiner da ah man dass man steine nicht sammeln kann stein gefunden yay seil und seil was kann ich craften nichts stock nichts kannst du keine axt basteln damit ja das ja nee was brauche ich denn um ach kann ich nicht das ist großer stein dann kannst du eine große axt basteln das ist dann wenn ich den großen stein sammeln aaaah natürlich was denn ja selbstverständlich was denn wenn du die großen steine auf dem boden liegen siehst ne ja dann sammelt die mal mit rechter Maus was sie gedrückt hat und sammeln dann kriegst du ganz viele kleine steine alter ist jetzt nicht wahr was soll man darauf kommen ich leg mich mal schlafen weil ich bin jetzt falls ich jetzt gleich aus der Socken du solltest dich dann auch nochmal schlafen legen wenn du so weit bist ne ja bei wegen und so wissen wir jetzt trotzdem nicht wie wir einen Wurfhagen machen was hat mich denn jetzt gebissen kann ich dir nicht sagen oh alter bist du vergiftet ne ganz viel blutigel am körper gehabt hier leg dich hin hast du noch kleine steine übrig nenne ja wenn man eine kleine Axt bauen kann ja bis zum nächsten stein ne aber wie immer Wurfhagen Wurfhagen rot das weiß ich nicht wie man den baut Wurfhagen Wurfseil wie auch immer als Punkt oder weiß das bestimmt es sei denn man muss das Ding finden aber ich glaube das kann man selber bauen ähm ähm ja den muss ich habe ich habe jetzt mal 13 hab mal gegoogelt den müssen wir finden so und dann verliert man den wieder ja das ist aber nicht so oft wie wir dann komm jetzt machen wir mal schon weiter los vier steine eins oh warte man das ist nur noch ein stein ist egal ich habe drei steine warte warte zwei steine da kann ich mir jetzt eine Axt bauen den Wurfhagen ja genau den Wurfhagen aber er hat ja schon geguckt den müssen wir finden so wir sind jetzt noch mal wo 43 23 43 23 23 ist hier 43 wieso habe ich den Tierscheiß da drinne ist hier ich würde ja gerne weiter in den Norden aber wir sind aber soll ich mal ganz ehrlich was sagen wir können wir kommen gar nicht in den Norden sehe ich gerade es gibt nur zwei Wege entweder klettern wir mit dem Wurfhagen über die Felsen drüber das sieht man auch auf der Karte tatsächlich oder wir kommen da durch dieses Ding durch was wir gerade gefunden haben diese bemalte Wand weil wenn du auf die Karte guckst siehst du dass da so ein Durchgang ist lauf einfach das heißt es sind ja wohin wir sind geplant hier drinnen ja dann müssen wir hier drinnen erstmal eine Basis bauen am besten irgendwo wo Fluss ist vielleicht sollten wir erstmal das ist ja auch Quatsch was aber wie hä waren wir denn schon komplett unten im Süden an dem See ja das war der Anfang das war nee du meinst das unten hier bei 30,45 äh 30 das war da 30,44 ja das war das wo wir gerade eben waren ja das war das wo wir gerade eben stand wo ganz vor uns äh 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 das ist jetzt eine gute Frage aber der muss ja hier irgendwo das rumliegen um weiter zu kommen wir sind sozusagen erstmal im Tal gefangen gut dann würde ich sagen wir bauen uns erstmal wir gehen jetzt zurück am Plus und bauen uns erstmal nur schön unterstück wo wir erstmal jahren essen und etc also unsere was sagt denn unsere Mission warte mal n also unsere Mission sagt suche Hilfe stelle deine her und trinke in deiner Erinnerung also da gehen wir in diesem Dings zurück wo man in dem Lager weil da musst du die Pflanzen finden da bauen wir erstmal eine kleine Base auf um eine Pflanze zu finden genau also zurück zu wieder herstellen überprüfe den Ort Lambada 2 wo ist das denn keine Ahnung wo das ist aber das ist äh das ist diese Schüssel wo wir vorhin mal waren die muss man wieder wo man vorher schon mal gemacht du brauchst den Dschungel um den Wurfhaken zu finden ja das heißt der muss irgendwo hier im Wald sein ja komm jetzt lass uns erstmal das Ding Dings suchen wieder zurückgehen und dort erstmal eine Base aufbauen damit wir ein bisschen überleben los Waffenbau jetzt jeder da bauen wir uns erstmal Waffen eine kleine Base hin ordentliches mit Schutz weißt du was ich mein jetzt wollen wir wissen wo wir kleine Steine herkriegen ja allerdings was ist das hier am Baum Karz nimm mit was ist das oh ich hab Po nicht gefunden ja da kann es ja viel Spaß beim rangehen wenn es um das viel Spaß ja fein abgeschossen ja und die Leute hingehen jetzt und hast du was meine Axt wieder ah da hat die Barbe ja warte jetzt ja hab sie jetzt haben wir auch einen Eintrag wunderbar was ist das hier Bist du schon wieder dort? ich bin hier oben ja ich meine dort wo wir vorhin waren da bist du ich wollte mal hier große Steine sammeln das sind die große Steine erst mal hier mitten 44 26 44 26 oh das sind wir da wo wir vor uns fast wieder waren am Fluss wo wir wahrscheinlich gestartet sind irgendwo mitnehmen die können wir dann kochen ja schön dass mein Messer weg ist na komm wo müssen wir hin? äh das ist eine gute Frage vielleicht hier hoch oder hier runter was sagt denn die Uhr gerade? wir sind 44 27 jetzt wollen wir den großen Schwein mitnehmen wunderbar äh warte mal 45 27 die Map war auf M45 27 ist hier 44 ist da das heißt wir müssen noch ein bisschen in den Norden und zwar Richtung 24 und dann müssen wir rüber 26 also wir müssen nach 25 46 also da lang da lang da sind wir gerade gekommen ich habe eine Blume gefunden gegen Lebensmittelvergiftung da lang ich folge dir warte was sagt die Uhr jetzt 44 27 was habe ich gesagt 46 ähm also wir sind 44 27 dann müssen wir theoretisch 44 27 wir müssten theoretisch Nordwest äh Nordost ja so ungefähr aber läuft auch schon in mich finde ich super ach so ich dachte wo wir sind sie denn hier bin noch am Fluss und sammeln so weiter haben wir erstmal Parasiten dann haue ich mir jetzt diese Pilze rein ich fall nämlich gleich um wir müssen jetzt zum Lauchau deswegen und noch ein Essen zack jetzt habe ich getrunken ohne Parasiten mehr zu haben so war da Parasiten die Pilze habe ich noch ja ich könnte noch mal was sind viele Sorten das wir da Parasiten weg macht ja so ein Orangennamen wenn du da die Maus drüber hältst dann steht das da minus ein Parasiten ah das und dann musst du so viele essen wie die Zahl die unten angezeigt wird 43 wir laufen ich glaube wir die falsche Richtung oder stimmt was nicht 43 ne ja wir müssen Nordwest das ist dann über doch wir müssen hier wir müssen jetzt Richtung Westen wir sind jetzt hier ich fall um ich fall um äh 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 jetzt äh uhr 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 wir müssen in den Westen also dann hier lang wir sind 43 26 ne 44 26 das heißt Richtung Westen da mal das wäre geworben da mal das wäre geworben hinter dir wir sollten überhaupt mal irgendwas machen ja richtig ich habe eine riesen Kröte gefunden echt mit ähm warte wo ne da habe ich mitgenommen ach so was ich gefunden habe vielleicht soll es noch nicht liegen oh tipp ich müsste ich glaube hier an dem großen warte aus ja wir sind paranus ah da ist es doch schon die ist doch schon da sie ist doch schon das ist wirklich so das ist wirklich so auch nicht fällen gut äh ich bin umgefallen komm zurück niemals danke was soll eine paranus 10 energie 30 paranus auch blaue pilze die sind gut so ich sage jetzt brauchen wir einen unterschied hier ist das das ding guckt das mit das ding müssen wir dann mal kleines voll machen ja aber dafür brauchen wir erstmal die pflanze ist ja die frage wo sind diese scheiß pflanzen da brauchen wir noch mal was für pflanzen müssen wir erstmal anzünden so habe ich noch was zum anzünden bei ne kann man herstellen immer das oder immer das war das die ich habe schon was zum anzünden alles gut warum ist das bloß 60 prozent shit regnet das ja das müssen wir mal in uns das müssen wir vielleicht hier machen da brauchen wir auch schon mal ein kleines feuer damit wir das essen machen können hier ja und wo machst du es um mach das hier unter dem dach damit es gleich direkt wieder raus geht scheiße klingt nichts hier sieht auch trocken aus hier sieht auch trocken aus hier sieht auch trocken aus ach das kann nicht sein warum umzündet ihr das denn nicht findest du mich mal bitte darauf Pause zu machen vielleicht hätte man hier auch ne das ist ja auch keine Ahnung kein durchstecken mehr das hat aufgehört vielleicht kommt es jetzt ja warum geht das denn nicht kann man das mal sagen würdest du mal ein Stück rüber gehen danke ich brauche auch noch lange Stücke ich brauche auch noch lange Stücke ich brauche auch noch lange Stücke Knochen-Nadel Knochen-Nadel scheiße muss ich wieder hinlegen äh Knochen-Nadel oder so Junge Junge ich muss mich wieder hinlegen warte wir müssen erstmal Nusslup aufbauen jetzt sicher oder so nischt ja ich weiß wir brauchen Platz Tierexkremente aber so esrados Tierexkremente die hänge an dem großen boden genug ja so jungs wir sind auf dem guten weg zu sterben hast du mal feuer eigentlich angemacht ne ging nicht ich krieg das feuer nicht an aus irgendwelchen gründen das ist ja du brauchst jetzt mal du brauchst genug hier dings ja ja energie der hat es für uns wahrscheinlich nicht meinst du das war's ein seil genau ein seil fehlt hast du noch sein ne habt schon fehlt noch irgendwas anderes was kommt da rein knochen nadel jetzt sagt mir du hast knochen nadel wo kommt hier bei einem haken oder was zwei stück fehlen noch was sollen wir jetzt knochen nadeln herrken wo ich habe noch ein vogel aber da krieg ich glaube kein knochen raus jetzt geht es dann doch an anderen ausdauer tatsächlich okay was haben wir hier was passiert eigentlich kann man die frucht braten war so müssen wir da wieder alles für sich ein das hat sich ja dankes ist ja keine knochen nadel warte mal das kann ich doch hier nochmal nachlesen ich könnte schwöner stand noch was anderes ich hatte noch keine risswunde und eine wundinfektion hatte ich auch noch nicht warum habe ich hier einen eintrag dafür giftete wunderte ich auch noch nicht das ist das magenparasiten hier wo mit einer knochen oder fisch nadel ach das war das knochen oder fisch nadel war ja scheiße warum kann man sich nicht mit dem stock dann auch auspopeln ist normal nicht geht reinige den körper mit wasser ich muss mich schon wieder untersuchen ich habe schon wieder irgendwas diese scheiß igel alter warum hast du jetzt ein zweites feuer gemacht weil du das andere ja alles besetzt hast stimmt doch gar nicht da war nur eine eine seite die andere seite war noch frei egal wasser holen das war noch mal kurz speichern stimmt ich habe ja jetzt auch so eine kokosnuss ja die musst du mit dem selben machen dann kannst du was erholen da reicht eigentlich eine ne oder nimmt man da zwei viel platz weg ne dein essen wird langsam verbrennt nur so nebenbei mit der wilde war nein kein platz im rucksack ist die ist schlupft bauen so macht man das was denn das reinhalten jetzt habe ich aber keine schlüssel oder hier musst du noch nennst du brauchst man kann ich die wieder kaputt machen du kannst du kaputt machen ja denke ich muss ja was passiert wenn es zerstörst aber zu stellen macht es doch endgültig kaputt ist kaputt also endgültig habt ihr meine ja gut nacht eisi schön dass du da warst ja ich habe verstanden ja ich habe meine schlüssel von mir hingetan grüße dich michi prime mal zusammengezockt mit alzatee et cetera mit alzatee sowohl schon länger mit alzatee erstmal schneckensuppe machen muss aber erst das wasser gekocht haben und dann kannst du was da reinpacken zeigt es dann anders hier bild zu be was apfelschnecken suppe ich habe eine eine kokos und eine pilz zu begemacht sagt die uhr die uhr sagt würde besser sein was nach zwei grüne dritte naja gut ich hätte das eine banane rein ich mache jetzt mal diese blauen pilzer eine infusion die ist aber beim kleinen kumpel drüben oder kann ich was aus den links drehen also ich habe auch pilzer minus zwei parasyten zirka er hat jetzt geschossen das war doch noch trinken ist da noch was trinken reinmachen hier sagt uhr sagt uhr durch weiter kann man das gekochte wasser wieder in die groß ist einfüllen aber auch noch nicht versucht ne naja wahrscheinlich nicht das Ei wird schon auch noch kochen gut dann hast du da deine schale kannst du da da gehe ich mir jetzt noch mal wasser noch mal neu einfüllen alles hat oben hier bei mir so ne nur in einem trinkbeutel ja gut haben wir nicht so was nur im trinkbeutel äh ja das abgekochte wasser einfüllen ja zum mitnehmen ja also meine kohlenhydrate und mein wasser sieht gut aus nun mein fett und meine proteine sind scheiße ich kotz grad wieder hin ich kotz grad wieder hin wir kriegen jetzt äh eine lebensmittelvergiftung ist das für ne scheiße ja du weißt was du gefressen hast ja eigentlich das was eigentlich mit lebensmittelvergiftung aufhalten sollte aber gut wird was verdorben oder verkauft keine ahnung was hab ich denn hier noch ne die kokosnussflasche kokosnussflasche sie geht aber sie muss leer sein kokosnuss... ach die... das piton oder was? tatsache du kannst das wieder aufsammeln brauchst du aber zwei dann halt theoretisch Ende zum reinkippen und die andere zum aufsammeln ja aber wir haben doch hier eigentlich ist das doch kokosnussbäume hier oder nicht ähm... wie sieht das aus? was hältst du denn von der Idee? wenn wir die Hütte... leg dich her schmelden hab ich doch schon wo sagst du nicht? leg du dich hin, du Bratpfanne wir müssen ja die nacht nicht immer durchbinden naja ist okay hm? setz davor wenn wir die Hütte ein bisschen direkt am oder überm wasser bauen und wer ist denn wenn wir überhaupt noch mal ne Hütte bauen? ja meine ich ja, deswegen frage ich ja schon direkt hm? können wir eigentlich mit hier irgendwas am Funkewirt machen? ne ne? ne ähm... ich bin blöd, weil hier ist jetzt ein Weg aber hier würde theoretisch passen das hier so... gucken wir mal erstmal kurz die Pflanzen und Infektion oh ne wir haben ja noch nicht mal die äh... Bandagenpflanze gefunden naja ne 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 oh eh n höh so jetzt müssen wir mal untersuchen ob ich mal eine äh chnittende Infektion machen kann wahhh Ah so, wir werden mal schlafen gehen ja gute Nacht Wünsche dir wasv H악 Ok, da hab ich eine Wundinfektion so wie durch das die wundinfektion sag sani schade langer stockseil schramm brisswunde wundinfektion band kombiniert so maten an dem auf die wunde setzen verdammt habe ich die todes gewebe zu entfernen schmerz hat und der geist verband in kombination mit einer pflanze mit antibiotischen eigenschaften na super jetzt gehe ich auf pflanzen was hat denn an die lebensmittel vergiftung verschlechtert geistige gesundheit lebensmittel dann halt nicht auf keine ahnung dann brauche ich halt mal einen rund wie hast du das ding hier gebaut ich kann das hier nicht bauen das hier was denn das hier du musst doch mal du musst doch mal das grundgestell bauen ach so und wo finde ich das ja wir bauen den bauer wir wurden hier vorhin aber gerade nicht die dinge angezeigt ist die frage pappt das an weiß ich nicht ist der fkste ihr habt ja bство ist es ist Gah! ich bin gestorben gestorben einer weich tut weil die wegen des leben parasit das könnte zum glück aussieht aus dem meister ausschmeißen von daher getrocknet das ist super ich glaube die bäume wohl die seile kriegst du kannst du nicht fällen so aussieht und nein du dumme drecksau scheiße gut ja auch jetzt ist das ding wieder weg ich habe das ding fünf mal oder so geschlagen wie viele hätten das aus viel ich sage ich mal müssen es mal bis jetzt sputen immer was auch mal über das grundschluss zu bauen scheiße jetzt ist hier meine axt weg ich bin trotzdem warum muss ausgerechnet sowas verschwinden weil es an der tasche ist ja ich habe keine ahnung wie das nachresensystem das hier läuft zumindest immer zumindest können wir froh sein dass wir kein defkontor haben ich glaube dass wir dann ja nur drauf wenn wir nur rum und würde stehen jetzt bitte sag mir ich habe steine wenigstens eine gute nachricht auch seile hängen hier genug an der bäume ich weiß nicht ich habe keine lust zu dir zu laufen irgendwie jetzt siehst du die wildtüren das scheint so sagen wir sag mal dass du bist jetzt hier da drüben was sozusagen dachte ich mir damit vielleicht von daher ins wasser kommen und so da hast du dir auch liegt wo das wasser machen kannst das ist dann Ha, Brooklyn! Brooklyn! Dann nochmal zwei lange Stücke Wie geht's? Ja, wie soll's gehen, ne? Ich denke, wow, gut, ne? Warm halt, ne? Sehr warm Weißt du ja, wie sieht's bei dir aus? Ich muss schon wieder untersuchen, was ist denn nun? Ach scheiße, ich brauche ja keine Scheite, ich brauche... Schau mal, die krieg ich mir noch da auch raus, ne? Ja Nein Nein So, wie war... äh, Plaga... ja auch, gut, aber warm Ja, sag ich ja So... 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 Äh... Da ist ne äh... Jetzt Viecher Jetzt liegen die Viecher auf dem Boden, ne? Gespawnt Doch, da sind sie noch Was denn? Oh, Eintrag Bogen, wie haben wir den denn jetzt gekriegt? Keine Ahnung Sag du es mir Ist nicht so dran oder so? Ja, stimmt, dass er halt den hier auf dem Boden wendt hat Aber muss auch nicht heißen, glaube ich So, Eintrag, hast du gesagt, haben wir jetzt einen Bogen gekriegt Langer Stock oder langer Bambus-Stock-Seil Genau, da fehlt ein Zeil Schreck mich nicht so Hältst du irgendwas? Äh, was soll ich denn hören? Du, was fällst, habe ich gefragt Hallen Nein Oh Gott, so, jetzt hätte dir irgendwie mal ein Baum gefällt Ah, super, ich mach Bodenplattformen und du machst direkt Baumhaus Ja, hast doch gesagt, wir tusten so aus Mach doch immer Noch keiner, ich will Also eigentlich ist es ja schon Besser als das, was ich mach Was denn? Ja, ich weiß aber noch nicht, wie man hochkommt Das ist das Problem Äh, ja erst mal fertig bauen Und dann musst du, glaube, kannst du, glaube, Leiter oder vielleicht das Seil oder sowas machen Das werden wir dann sehen Weil du hast mal eine Übertauchung, wer ist denn damit? Äh, ich kann nicht hüpfen, was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Wann will er die denn jetzt nicht neeehm? Aaaaaaahhhhhh Warum nimmt er die denn nicht in der Hand? Bogenfalle? Mhm Stein weg Nehmen Holzschwein? Ach soo, stimmt. Aha Stimmt, das waren ja diese großen Dinger Ja Also er müsste Bäume fällen Naja Oh, guck was das Bogenfalle? Was haben wir denn noch? Wir sind ganz neu dazugekommen jetzt hier. Bogenfalle Achso, die Bogenfalle Bogen und Bogenfalle Bogen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht Ja, du hast die ganze Pfeilebahn Äh, ja, ich hab ja Fehler, ne? Müsstest du eigentlich auch haben Braucht man denn einen Bogen? Langer Stock und Seil Langer Stock Nicht da drüben Herstellen Wunderbar Hexte plus eins Würde man so sehen was das Skillen bringt Jetzt müssten wir Jetzt die Frage Wie ist das jetzt mit Pfeilen? Steine Soll ich bestimmt Steine füge ich mal von aus? Stein Axt? Ne Ah ja, Federn brauche ich noch Wissen So Ist wahrscheinlich falsch Wo ist wahrscheinlich die Dinger hier? Federn? So ist denn jetzt Ja Was steht denn da jetzt zu demontieren? Ich wüsste auch gar nicht demontieren Drei Pfeile Drei Pfeile Ja, super Drei Pfeile und keine Federn mehr Wunderbar Oh mein Öhm Öhm Kölzstädt wo ich noch Das war's. Ach mein Ei, liegt auch noch dort, ne? Was bringt das? Hast du ja gefressen, oder was? Ja. Ja. Ähm... Leiter? Die war wo? Hier. Ach komm mal hier, Kletterstelle, hast du eine Kletterstelle mit einem Seil gebaut? Am Baum? Nein. Ja, hättest du machen sollen, weil damit kommt man nach oben. Ja, eine Lass... Ne... Lugscheißer. Ja, Entschuldigung, ich sehe es nur gerade, weil ich hier drinnen gucke. Ja, das ist eine Kletterstelle, und? Du weißt, du wirst doch erstmal das Baumweißbein, oder? Ja. 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 Ja, komm. Leiter, wo war die Leiter nochmal? Und hier? Ne. Ah. Ne, auf dem Platz noch muss er. Oh. Die müssen jetzt theoretisch... Ne, lange Stöcke haben. Ja. So. 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 Scheiß Puma kann mich mal. Oh, ist übrigens Puma bei dir oder was? Hä? War das vorigsten Puma bei dir? Ja. Nö, äh, nicht Puma Tiger oder was auch immer das war, aber ich habe jetzt die Plattform für immer, kannst du schon mal hoch. Ich merke, dass das Bauen ziemlich anstrengend werden wird. Ja, denke ich auch. Ich lege mich schlafen. Lasst euch wach bleiben, wegen Helm. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe so viel Leben. Ich habe keine Energie. Was ist das? Käfig. Was ist das? Geht aber auch nicht für was, ne? Was? Ich habe doch vorhin hier irgendwas gefunden. Wo war das denn jetzt drin? Das. Gleich mal hier irgendwo hin bauen. Was denn das? Das ist hier direkt irgendwo hier am Wasser. Und was ist das? Ein Lehm Mischer. Ein Lehm Mischer. Was für ein Lehm Mischer? Ein Lehm Mischer. Achso. Für einige Sachen brauchen wir halt Lehm Dings. Ist halt die Frage, ob das das ist. Wir packen das jetzt einfach hier hin, weil wir eh den Lehm aus dem Wasser holen. Und dann können wir nämlich auch schon die ein oder anderen Sachen erleben. Ich würde mal das sind wie die Meere Sachen nehmen kannst. Ich kann doch nicht mal ins Inseln fahren. Du wirst ja doch nie fertig. Müsste ich mal hin? Ich bin so thirsty. Komm schon. Das ist eine B***h! geht doch kaputt geht es hier ich höre manchmal irgendwelche geräusche als würde irgendwas kaputt gehen obwohl nichts bei mir in der nähe ist soundpack vielleicht keine ahnung spiele erforderlich beim ist der bohre und video video irgendwas brauchen wir noch man ist der bohres reste habe ich aber irgendwelche dings brauchen auch von den pflanzen ja bitte für diesen jahr trunk der hier steht warum ihre irgendeine zu schuldings ja und noch was anderes das andere habe ich das banister habe ich dann hau das doch schon mal da reingeht geht nicht ich kann nur eines reinhauen das sicher geht ins baumarsch mal fragt ist ja wie sieht die denn aus ja das habe ich keine ahnung müsste das denn nicht im buch stehen unbekannte frucht ja warum ist das eine unbekannte frucht der hier gefressener pust weiß ich doch was das für eine ist kanter pils unbekannt 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 aber alles unbekannt aber jetzt was mir gerade abfällt unsere schüsseln sind weg ne die habe ich glaube eingesammelt dann gib die mal wieder her ich würde mal hier hin so ne warte mal ich wollte das ja erst mal zu fett machen der holz scheint das wird zu wenig holz zumindest greifen uns hier noch keine kannibalen an so wie bei sansopo forest noch nicht das ist kaputt das ist kaputt Vielen Dank. Hattest du das Ding da hinten eigentlich jetzt fertig gemacht? Diese Trockenstille? Nee, ne? Nee, da finden wir noch diese Knochen. Warum komme ich denn da jetzt nicht dran? Ich habe da eine Knochennadel liegen. Warum nimmt er die denn nicht? Hä? Ich habe drei Knochennadeln, aber ich kann die da nicht reinsetzen. Du musst genau das Ding treffen. Du musst genau auf die Stelle ziehen. Dann habe ich doch. Ist grün. Gib mal rüber. Ist das jetzt eins gewesen? Ja, ne? Ja, das ist eins. Oder kann man das nur von der Seite machen? Ja, das ist gut. wunderbar probier es gleich mal, ich mach gleich das feuer aus ich mach mir so ne neue axt und die ist so 50% stehen ich muss mir mal ganz kurz was machen warte mal bitte warte mal ist kaputt treff ich das nicht? doch, ist schon offen ist doch die Uhr nicolt? ja? meine ernsthafte Frage hast du die Knochenadeln selber hergestellt? ja herzlichen Glückwunsch, du hast das falsche hergestellt ich kann aber nur auf sammeln drücken und dann stellt er die automatisch so her okay, warte, 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 warte ich hab doch schon dann auch die erste Nadel reingemacht das war doch auch eine von meiner ne, du brauchst Knochenhaken, du musst aus den Nadeln das Haken machen ja, aber woher hatte ich denn den einen Haken? ich hab keinen Haken hat vielleicht, hat vielleicht rumgelegen aus diesem Knochenhaken kann man bestimmt keinen Wurzungs machen wahrscheinlich, ne? Wurf, Dings weiß ich nicht, aber er schmeißt sicher das Gestell in Gestell, damit wir was trocknen können so, jetzt haben wir hier diese Lehmkacke wie funktioniert das? lehm entnehmen zack lehm entnehmen zack jetzt haben wir Lehm da drin was ist das hier? Lagerfeuer Asche was muss ich da jetzt rein machen? Feuer? ok, ich muss da jetzt rein machen Feuer oder Wasser? äh was muss da jetzt rein? 1.0 jetzt zeigt mir irgendein Symbol drin, dass irgendwas rein kippen soll, aber was? Wasser? Guck mal, jetzt wird's trocken ist das jetzt nicht richtig? ist das jetzt nicht richtig wahrscheinlich? warte hast du jetzt Wasser reingemacht? was ist das jetzt? was ist das jetzt? lehmziegelstein ah jawohl dann können wir jetzt warte mal was was konnte man? was hatten wir noch? guck mal, wir könnten eine Dusche bauen damit könnten wir uns zum Beispiel waschen ich mein, ist eigentlich jetzt theoretisch unnötig, aber ja ich kann's halt bauen, ne? ich könnte jetzt halt hier eine Dusche hin machen ich denke mal, die wird gefüllt beim Regen wie was zieh man dir jetzt einfach mal da sei sehr tief, ne? scheiße aber interessant was will was ist denn was willst du jetzt man könnte jetzt so eine lebendüche bauen zum waschen die lagerfeuer gehen doch auch immer kaputt das letzte von vielleicht mal so einen ring drum setzen vielleicht oder müssen große stein echt jetzt es wird immer besser oder ein ofen und 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 ja es ist genau irgendwas hatte ich da ja gesehen ja das weiß ich nicht mal genau bei der lagerkiste genau für die lagerkiste haben wir nämlich dinge gebraucht stellen wir die lagerkiste diese ganze bauen brauchst du nicht mal schrotten so hat so viel kokos losgesoffen und der will immer noch was zu saufen haben ja das trinkt ganz schön viel ich kann man dann endlich mal wenigstens mal was absafen okay dass wir nicht haben gut und jetzt brauchen wir lebensliebensteine nur ein sieht aus wie eine riesige kackwurst ach und dann nochmal doch mehr als einmal jetzt habe ich schon wieder irgendwas in meinem körper wahrscheinlich wieder irgendwelche eckigen viecher weil ich das wasser gelaufen bin eigentlich hatte ich schon gerade so und ein feuerbrett die feuerbreite liegen bei mir genug um was ich dann hast du gehört ich bin doch da liegen ja genug um hast du gefunden noch ein noch ein feuerbrett ne lehnzieger was ist ein riesiges scheißwurst was ist das wort ist scheiße bauen so lagerkiste fertig zum schluss haben wir ziegenwitzen nichts 1.0 mit ziegenwitzen jetzt habe ich meinen saal auf dem boden geschnissen ich würde mal sagen packen die trockenen dinger für feuer machen mal da rein so paranus vielleicht noch eine bauen eine für es und eine für material du brauchst doch schon genug dach dafür ich denke mal weil sonst wenn es regnet ist ja wieder völlig sinnlos dann warum hat das jetzt hierhin gebaut keine ahnung ob die lagerkiste wasserdicht ist also ich glaube es geht nicht oh ja ist okay macadamia jetzt hier mal steine für für das lagerfeuer ich weiß zwar nicht was die steine denn bringen ich kann mich jetzt nicht mehr ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ja doch nicht schlecht das alles da reinzunehmen ja doch nicht Hup! Verdorben ist verdorben und lässt sich anscheinend wohl doch nicht mehr braten. Hup! Vielen Dank. Wasser aufgefangen, Auffangbecken oder so, können wir noch nicht bauen. Ne, müssen wir glaube ich auch erst finden. Das Interessante ist jetzt, seitdem wir wissen wie das funktioniert mit den Steinen, wenn es da auf den großen Steine ist. So, da jetzt bitte reinschmeißen. 1.0, wir soll... AHH! Mann! Oh oh. Der Tor ist auch nö. Ahhhhh! Ich muss halt doch mal mein Fenster zumachen jetzt. Leider. Ah, ich bin nur tot, aber ich habe nicht in die Flucht geschlagen. Was natürlich doof ist, aber jetzt wird alles verlieren. So, das... ... Vielen Dank. 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 Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt hier diesen Ofen gebaut, aber... Nee, das ist nicht in der Pause. Guck mal, der wird jetzt da irgendwas reinprackeln. Da ist ein Kampf gestorben. Ich dachte, du weißt das. Hey, 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 hey... Okay. Aber... Okay. Okay. Mehr Holz, hey, hey, hey... Okay, hey, 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 hey... Ich... Ich... Hey, 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 hey... Hey, 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 hey... das ist ja schon eine plattform da oben bauen muss man es da ja aber es gibt ja verschiedene plattformen zu plattformen und eine plattform mit einer öffnung oder mit einem seil oder keine ahnung muss man schauen oder man oder wir müssen eine separate kletterplattform bauen und dann eine hängebrücke rüber machen das kann natürlich auch sein oder diese kletter kletterdings machen kannst und dann müssen wir halt dann einfach das könnte ich mir auch vorstellen hat zwar umständlich alles aber vielleicht ist es ja so gewollt viel passt denn da rein entscheidend genug es ist ein ganz schöner ist weder steine noch stöcke habe ich um eine neue axt zu machen liegen wir noch am wasser 1.0 hast recht ich kann jetzt das spiel plattform baum und dann muss ich wahrscheinlich dort das zellen anhängen ok man braucht unbedingt noch nicht mal eine axt um aus dem holz scheidt stöcke rauszuhören das geht auch ohne axt sehe ich merke ich gerade muss einfach genauso wie wir den stein einfach sammeln machen dann kriegst du feuerbretter und stöcke interessant so jetzt ist er fertig was lebensziegel stein will er jetzt mal lebensziegel stein wo er der letzte gluterfolg werkzeug nutzen um glut herzustellen bitte sag mir ich habe trockenes holz einstecken natürlich nicht was willst du denn machen etwas drin brennen ich habe keine ahnung was kann man denn damit machen was muss ich denn was muss ich denn was muss ich denn was kann ich denn damit brennen ich denke mal wahrscheinlich ziegel stein ziegel blöd ja für das holz das ist ja schmäh ne ja kein ahnung ja ja ich bleibe sofort an die linke noch nicole guck mal wo ich bin cool hat es funktioniert wenn du das so anzündest bekommst du holzkohle raus und asche und so ja was muss ich denn aber was brät man denn da drin das lege ich denn da rein dass es sich lohnt man muss ich dann am ende denn welches angezündet habe die stöcke alle wieder neu reinlegen ja die asche ja wenn man nicht mal verbände doch verbände habe ich ja kannst du da asche drauf packen und das tut ja dann auch irgendeine gute heilung oder sowas jetzt hast du das direkt kaputt kack ich wollte jetzt extra die steine fertig bauen also so machen hätte man nicht gemacht ja asche sagst du dann drauf ja die verbände und dann asche drauf ich glaube so eine antibakterielle dings irgendwas sowas in der art für entzündungen oder sowas ja ja und er hat eine bestimmte wirkung also mal aufgeben zwei große steine noch dass man nur einen einzigen großen stein tragen kann da brauchst so viele für und muss 20 tausendmal laufen kommen wir nicht mal mit der story weiter disgusting kotzt er wieder jetzt kotze ich wieder das lager vorher noch mal rein rein bauen und dann mal gucken wie lange das feuer diesmal hält beziehungsweise ob das überhaupt noch mal kaputt geht oder ob es jetzt ganz bleibt ich denke mal das würde kaputt gehen wenn es nicht nachfällt aber wozu was was bringen denn die steine drumherum nein und ausdauer geht ja genauso schnell flöten wie das trinken so fertig jetzt habe ich auch einen neuen eintrag lagerfeuer äh ich will ja schon vorher bauen nee das ist das große lagerfeuer das ist also du kommst ja gut ein kleines feuer bauen ach guck mal jetzt können aaaaah jetzt können wir auch vier sachen da hinlegen mhm aaaaah aber interessant oh junge hüh hüh was ist das denn wozu hab das verfickte spiel will mich jetzt ärgern wozu hab ich das jetzt gebaut wozu dieses spiel wozu ist es jetzt nicht sinnvoller das ding hier zu bauen kann man das hier nicht wieder abreißen war das nicht irgendwie so mit puh jetzt kann ich die steine nicht mehr abreißen gleich steine naja die ich da jetzt hingezimmern habe und wo müsste sie das abreißen äh weil ich einen bauplan habe jetzt für ein besseres größeres lager ja mach da einfach das kleine lagerfeuer rein und dann nutzen wir das asch mal ein gut ist damit überhaupt was funktioniert nimmst du erst die asche und so raus na hab ich doch das ist doch nichts mehr drin oh kannst du mich mal aufhören ich bin grad umgefallen ähm und wo hinterm baumhaus ohne steine was meinst du mit ohne steine dank was meinst du mit ohne steine kann man bei diesem großen lagerfeuer dem haupt essen drauflegen wir können das feuer einfach nur ne ich schau im tagebuch nach da steht nichts drin im tage sonst würde ich ja nicht fragen da steht nichts drin im tage sonst würde ich ja nicht fragen Echtz? Echtz? Äh, was denn? Wo denn? Wie denn? Hier, ich, ich, ich Zimmer's da hin jetzt? Ja, aber woher weiß ich jetzt, ob ich da was drauf bin? Geht doch. Äh? Jetzt kannst du es doch wieder füllen. Ja, nee. Ich will ja das abbauen, damit ich das hier hinsetzen kann. Das ist ja, das sind ja zwei unterschiedliche. Und hier ist das Feuerding, das Holzding schon fest mit drinne. Und bei dem ist das nicht fest mit drinne. Ich hab halt bei dem hier halt die Bedenken, dass hier halt das Feuerding in der Mitte nicht kaputt geht. Das hier wird wahrscheinlich wieder kaputt gehen. Das meinen. Oh Gott, ich bin so füllen. So. Die Axt draußen, wie sie es kaputt ist. Das wäre natürlich eine Maßnahme, ja. Ja. Prostig, müde. Tolle Programm. Oh Gott, ich bin so füllen. Oh Gott, ich bin so füllen. Da stecke. finger weg von meinem zeug ich sterbe gleich wieder ich will wieder darum brennt ja das mit dem sterben das ist so eine sache was kommt, wie viel du dem zack jetzt können wir ja mal zum glück kommen wir ja so oft sterben wie es geht uncoole reise aus was mache ich noch mal ein speer? du musst erst hier zwei kleine steine musst du ein ding machen ein steinmesser und dann aus dem steinmesser mit einem langen sperr und seil mit einem langen holzstock und seilsperr meinst du stein klinge, ne? ja jetzt habe ich keinen langen stock immer fehlt was aus welchem grund habe ich jetzt leben wir haben verloren ne, kann ich ja nicht anzünden ne, kann ich ja nicht anzünden warum kannst du den anzünden? mir fehlt bohrer mir fehlt bohrer mir fehlt bohrer ah ne, warte mal mir fehlt bohrer ich glaube das macht man mit dem bohrer ganz normal glaub ich du kannst immer mit dem feuerbrett kannst du das machen? ja, mit dem feuerbrett habe ich hier liegen dann machst du mal mit dem feuerbrett kann ich nur herstellen oder so das ist ja das komisch lange mache ich aber auch nicht mehr, weil ja das ist ja nur die Welt mal gucken, wann dein freund der tiger wieder vorbeikommt keine ahnung, ob der mit regelmäßigen abständen kommt so, ich bin mal weg du raus und so Käse viel spaß euch noch und bis zum nächsten mal yo, alles klar Hallo, gute Nacht, bis zum nächsten mal tschüss tschüss ooo, Mann, das stopp eee tschüss tschüss yee ob der was bringt kann man den abbilden schlecht da ist er mal noch mal schau nicht mehr gemach Vielen Dank. Jetzt wird der Ausdauer zu niedrig. Ah, kacke. Du warst aber überdacht, oder? Ja, da wo das Lagerfeuer ist halt. So sicher ist es mal Penn, wie das vorher nämlich dran. So sicher ist es mal. So sicher ist es halt fast tot. Wie geht? Kürzt du gerade dahin, oder stirbst du? Äh, ich fress gerade ekelige Sachen. Deswegen gemeckert er ja so rum. Ja. Jetzt sind wir das irgendwo nochmal. Oh, ich hab keine Tropen in Sachen mehr. Nee. Ich möchte trocknen. Warte, 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 hier, komm mal her. Komm mal her, warte, hier. Ach nee, ich hab was selber gar nichts merkt, mir da vorn ist gestorben. Hier, kannst du den kaputt machen? Ah, warte mal, nee, ich hab kein Seil. Ich hab jetzt ne Angst, den immer. Ah, sollen wir noch nicht immer das gleiche auf? Oh. Oh. Okay. 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 ... ... ... ... ... ... ... Komm mal auf. Jetzt kommt ihr ins Feuer dran, super. Ich hab Glut in der Hand, mach die Scheiße da weg. Ich dachte eigentlich, man könnte es dort hinlegen, zusammen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das Ding jetzt, ob das überhaupt, ob das richtig kaputt geht, also ob man das nochmal neu bauen muss, ob das jetzt so bleibt, wie es jetzt ist. So. Scheiße, ich hab den Dienst nicht mehr. Was ist das denn nicht mehr? Schalen. Das hier kaputt machen, aber das hier kann ich irgendwie nicht nachträglich kaputt machen mehr. Dieses Kokonus-Beiden-Ding. Das kann ich nicht zerkloppen. Dassel? Ja. 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 Okay. Pils ist zwar verdor... Ne, ok geht nicht... Oh shit, seriously? Was ist? War der schon wieder irgendwie klar? Wusstest du schon, dass man 3 Holzscheide tragen kann? Nee. Ah doch, nee. Nee. Jetzt weißt du. Nicht quälen mich ab und du das mal als Inseln tragen. Ja, Holzscheide, glaub ich. Nee, warte mal, Holzscheide. Doch, hab ich auch immer nur eingetragen. Doch auch. Ja. 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 Oh. Ja. 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 Scheiße, kack rochen Voll erschrocken Hast ne? Ja Ich kann hier erst mal schauen Was ich mir da jetzt zugezogen hab Und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich Jaja, und da ist es eine komische Kacke, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich das wegkriegen soll Das ist so ein ekliger, eklige Wunde Willst du dir schnell das Asche-Ding mal geben? Ja Vielleicht würde ich immer so helfen Mir? Ja Ja Ich glaub du musst mir das bringen, ich hab nämlich keine Ausdauern mehr Ich kann einfach mal stehen Ich würde da stehen ins Bett legen, bevor ich in Ohnmacht falle Ich stehe direkt beim Bett Mhm Aufstehen Jetzt ist es weg Was ist weg? Ich hab's weggeschlafen Das ist einfach mit der Zepfer alleine weggegangen Hm Ok, ja gut Ein paar Fieber hab ich noch Ich speichel jetzt trotzdem nochmal Ach scheiße, es war jetzt ein Fehler was ich Ich muss in die Holzscheite auf Ende Oh nein Oh nein Was ist denn? Oh macht gefallen Ja, wenn wir die Schalen auf den Boden legen, müssten die sich mit Regenwasser füllen Korrekt Ich bin in Ohnmacht und krieg schon keine Lupe, oder weiß ich schon direkt, der mich diese komische Ecke entwickle Ich bin nur noch dafür J Schwiebel Ich bin in die Oberfläche Ich bin nur noch nie Ich bin nur noch nie Ich bin nur noch nie Ich bin nur noch nicht wunderbar nein das zeige ich dir jetzt bist du theoretisch da so eine kacke noch man kriegt viel zu viel von diesen komischen ekelpickeln und hat zu wenig nadeln voll die kacke ja ja Vielen Dank. So viel fressen, wie wir müssen, ne? Wir müssen unbedingt mal irgendwie diesen, diesen, diesen Tiger da mal, oder was auch immer das ist, da mal irgendwie, irgendwie erledigen. Irgendwie, irgendwie klingt gut. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt hänge ich hier an so einer Kugel, was ist nötig. Okay. Das ist alles einzeln. Was? Die ganzen Sachen. Die kannst du aber mehrfach mit Emma brauchen, also denk daran. Imperator, was geht? Was? Das wollte ich eigentlich im Stream fragen. Mir ist heute Mittag mein PC abgeschissen. Ich habe hier nichts Besonderes großartig gemacht. Ich habe hier noch mal reinzukommen, in dem wir Windows gebootet haben, sonst wäre ich ja jetzt nicht live. Das Problem ist halt nur, wenn ich jetzt den PC neu starte, also ich habe den PC ja dann danach, weil wir es getestet hatten, glaube ich drei, vier Mal neu gestartet und das war halt jedes Mal wieder in den BIOS drin. Jedes Mal. Okay. Und statt zu den Desktop reinzugehen, geht der erstmal in den BIOS rein. Jetzt hat die Frage, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Ist der abends vom Strom getrennt? BIOS-Batterie leer. Was heißt abends vom Strom getrennt? Also der steckt, also wenn ich im PC runterfahre, warte ich bis alle Lichter aus sind und dann drücke ich hinten den Power-Button nochmal auf Null. Also dann mache ich den Power-Button hinten auch aus. Aber der ist immer noch in der Steckdose drin. Ja, aber du hast ihn dann trotzdem vom Strom getrennt. Ja, aber ist noch in der Steckdose drin. Hinter der ist trotzdem den Strom zuvor geklappt. BIOS-Batterie leer? Wie, die BIOS-Batterie ist leer? Na, wenn du keinen Strom gibst. Ja, aber von jetzt auf gleich ist doch Schwachsinn. Wenn BIOS-Batterie leer ist, dann hast du, glaube ich, auch irgendwie falsche Uhrzeiten und so eine Scheiße. Nö. Falsches Jahr. Irgendwie so war das doch. Ach nee, das war die Mainboard-Batterie. Oder sowas, glaube ich. Also ich bin ja jetzt schon wieder mehrere Stunden, also PC läuft ja jetzt schon wieder mehrere Stunden. Keine Ahnung, ob beim nächsten Neustart der wieder in den BIOS reingeht. Wenn ja, ist halt die Frage, was mache ich dann? Ja, die kleine Batterie ist von jetzt auf nichts mehr. Kann ja nicht sein, ey, Scheiße. Was du da machst wegschmeißen. Das ist kein Akku, die Batterie. Super. Wunderbar. Und wie kann ich das jetzt feststellen, ob das wirklich die BIOS-Batterie ist? Und nicht was anderes? Und nicht was anderes? Batterie, meine ich, ist eine Knopfzelle einer. Ja, heißt die. Ja, so wie bei einer Uhr halt, ne? So eine kleine Batterie, so eine Platte. Was ist man nach, wollte ich auch hier einfach tauschen. Oben kann ich hier gar nicht reinlegen, sehe ich gerade Stöpfen Was ist das? Ein neuer Batterie-Core, äh, scheiße. Batterie-Core hatte Batterie aus dem Mainboard nehmen, neuer einsetzen, danach das Bioslider wieder neu einstellen, da alles auf die Verk- Ja, super! Junge, wenn du, wenn du genug psychisch krank bist, dann erscheinen für dich Einwohner, die dich denn töten. Ja, kann sein. Naja, wenn du siehst, ist die Scheiße jetzt wieder weg. Kann sein, dass die Batterie unter der Kraka sitzt. Unter Umständen musste vorher die Karte ausgebaut werden. Äh, das war so umständlich, die überhaupt da rein zu machen. Äh, scheiße. Naja, ich frag mal doof, ich mein, was passiert, wenn ich jetzt einfach... Naja, gut, es ist dumm, das weiterhin so zu machen, ne, also, aber was ist, wenn ich jetzt einfach jedes Mal immer wieder, wenn ich halt in den Bios komm und dann einfach wieder so mache, dass ich, äh, das einfach wieder neu boote, dann bin ich ja wieder im PC drin. So. 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 also der bogen ist weg und nein und die anderen sachen sind jetzt auch diesmal weg muss man sich wirklich alles ins lager packen jetzt habe ich auch was jetzt ich pflanze jetzt war noch weiß das ist ja diese leben anpflanzen könnte man theoretisch auch ja was hattest du für den topf für eine pflanze schon gesammelt gehabt die ranke habe ich gesagt das obere die unterfällt mir noch eine ziehschuhe irgendwas das ist ja das was in so großen bäumen hängt du kannst es umgehen indem das mainboard mit strom versorgt wird also den rechner nicht vom strom trennen ja warum scheitest du das überhaupt aus wenn ich mal brauche keine ahnung damit da nichts passiert oder so dass da aus irgendeinem dummen gründen ich meine hört es jetzt blöd an oder ist vielleicht auch blöd keine ahnung das ist doch kein brand entsteht oder so ne einfach vom deswegen ich habe das ist ja was heißt das ist doch bloß dieser knopf hinten am pc so wie bei einer sowie bei einem beim verlängerungskabel vom stromstecker hast du auch so ein an und aus knopf das ist einfach nur dieser knopf die ich umschalte so 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 du kannst ihn normal ausschalten runterfahren du darfst nur nicht den strom unterbrechen oder den schalter am netzteil umlegen ja aber warum nicht ja genau der netzteil schalter ist das glaube ja genau wo du halt diese null und diesen diesen einer strich hast den mache ich jedes mal wenn der pc richtig runtergefahren ist immer auf null wieder also auf aus habe ich noch nie gemacht ja aber weil dann frisst der pc ja auch im auszustand doch weiterhin strom oder nicht unmengen sobald das bord kein strom mehr bekommt sagt das bios und saugt das bios von der batterie so ja aber ich habe keine ahnung wie lange ich den pc jetzt schon habe seitdem ich den habe mache ich das immer so also hatte noch nie das problem das ist meinst immer das erste mal das ist meinst immer das erste mal so ich mache es genau wie die batterie halten aber leider nicht so siehst du dann frage ich mich warum der im parat oder kann ich dich jetzt genauso fragen warum machst du das denn genauso wie ich oh was ist das denn das habe ich vorher noch gar nie gesehen ich glaube ich habe orangen gefunden muss halt dass die erwachsen stromsparen aha siehste stromsparen auch wenn der pc jetzt nicht unmengen an strom frisst im auszustand aber das der zieht ja trotzdem mache ich schon seit ewigkeiten so ja ich ja auch das ist es ja gerade ich ja auch die junge also wenn das also im parat erwarten mal ich habe ja warte mal ich hatte ja fotos davon gemacht ich lasse dir mal die fotos zukommen vielleicht kannst du auf den fotos ja irgendwas erkennen wie kann man denn wie kann man verband benutzen ist oder verband naja du guckst dein körperteil an drückst tab dabei also ne du guckst dir erst dein körperteil an und machst dann tab also den rucksack auf und dann ziehst du den verband da einfach über die wunde okay muss ich mich mal verbinden so wo haben wir denn den imperator wo ist er denn ich habe schon so lange nicht mehr geschrieben der hat sich schon den staub aufgelöst irgendwie da ist er so also pc hat erst das hier gemacht warte warte pc hat erst das hier gemacht und danach ist der pc automatisch da reingegangen jetzt muss ich erstmal kurz gucken wir mal zurücklaufen du bist du bei deinen bäumen oder bei deinem baum lager liegt direkt im lager aber ich würde mich gerade noch hinlegen bevor ich bin unmachtbar ja beim bett rechts ne da da wo man schon mal sieht ja direkt beim bett bei also da habe ich bei ihm auch am mainboard auch mal eine batterie gewechselt gab weil er da auch Probleme hatte und sich am ende herausgestellt hat dass es die batterie war und die habe ich gewechselt weil er sich nämlich nicht getraut hat ja süße perfekt ja das problem ist sein pc ist anders als meiner bei seinem pc kam nicht noch gut dran ohne irgendwas umzubauen bei mir wird das eng weil die 1060 so groß ist dass ich die wahrscheinlich auf jeden fall rausnehmen muss wer weiß was ich noch alles rausnehmen muss und ich brauche jetzt mal die batterie das kommt auch noch dazu hat er die kackhaufen hier raus geholt und wieder hingeschmissen egal so alter ist jetzt nicht wahr jetzt ist die scheiße schon wieder kaputt gegangen oder was geil ist ich hör dich jammern du sagst oh no no ja weil es kaputt gegangen ist das habe ich zum glück noch wie geht das jetzt wir brauchen mal bessere Exs oder sowas falls es sowas überhaupt gibt das bausystem ist ja sogar sogar noch ein ticken schwieriger als bei suns of the forest da geht es ja noch da muss ja auch alles einzeln machen aber da ist es nicht so schlimm wie hier das ist ja nochmal eine schippe rum wo wie gesagt ist eine knopfzelle mit der bezeichnung cr2032 das spiel heißt nicht umsonst grüne hölle ja ist hier wieder kein baum den ich fällen kann das ist ja ist da Du musst ja dich noch umdrehen, ja würd ich dir jetzt auch noch für dich geben Kein Holzscheit mehr Jetzt will ich fall ruhig in die falsche Richtung, wunderbar Also das mit der Ausdauer ist echt ein Arsch Oh, letzter Rüstung Bananenblatt In zwei Aha Da haben wir doch recht Ich muss mal nur wissen, warum Ich muss mal Ich muss mal nur wissen, warum Ich muss mal nur wissen, warum Ich muss mal nur wissen, warum Du weißt warum, oder du weißt nicht warum Nee, das würde mich mal interessieren Achso, das frage ich mich halt auch Warum alles was man herstellt, nur entweder die Hälfte oder nur so wenig Ich hatte mal Du stellst eine Axt her Die Axt hast du gerade hergestellt Ich bin wieder gefasst im Arsch Hier bei mir, komm zu mir Da liegen noch welche rum Ich hab doch hier ein paar Bananenblatt gefällt, die liegen welche rum Zu spät, hab schon Du brauchst hier hinten auch, du musst ein Bananenblatt machen Ich hab keine Zeilen mehr Bleh Ich brauch zwei Seile Ich hab zwei Ich muss mal Ja Ich muss mal Ich muss mal Ich muss mal haben wir zwar eine rüstung gut und schön aber immer noch essen und trinken probleme ein Wetterrüstung, 52% Schiebung Schiebung Also doch gerade hier irgendwo großen Stöcke gehabt Also seine Batterie sitzt am rechten Ende des ersten Bezips Ja, woher soll ich denn wissen, wie man BIOS aktualisiert oder ob das überhaupt notwendig ist? Vielleicht ist die BIOS-Version auch so einfach die Batterieflechte ist, keine Ahnung So, ah, hier Oh, schiebung, wirklich? Oh, schiebung Oh, schiebung Oh, schiebung Oh, schiebung, wirklich? 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 Was ist das? Und dein Krieger wird er da? Nee Schatz, ich dachte du musst auch schlafen Er hat gesessen Was ist das denn jetzt? Boah, natürlich, jetzt finden wir genau ein langer Stock Und da liegt rein zufällig auch einer Jetzt erst mal den dreckigen Rochen Zack Was ist das denn? Naja Was ist die Paden? Wissen stachel rauchen stachel ist die frau was macht man damit keine ahnung des weiteren sind deine laufwerke völlig verkehrt angeschlossen ist es die gehören ich habe das nicht angeschlossen obwohl die eine ssd die ich mir extra noch gekauft habe die ein oder zwei terabyte die habe ich angeschlossen die musste ich da irgendwie da irgendwie anschließen war ganz komisch genau das war der terapeute die hängt an das ist Ist ja egal, es funktioniert ja. Der Glätterhaufen scheint da nicht zu trocknen, das musst du dann schon da auf dieses andere Ding drauf. Was ist ein anderes Ding? Äh, dieses Trocknungsständer-Gelumpe da. Da hat eine Blätterhaufen liegen, da hat es gefühlt schon fünf Stunden am Lagerfeuer und die sind immer auch nicht trocken. Würden du auf den Trock, auf das Ständer-Ding, waren sie auch nicht trocken geworden? Doch, die hat dich eingesammelt. Was sind die mal zwischen den Trocknungsständer-Gelumpe? Ja, tatsächlich schon. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das geht ja. Oh, ich brauche auch ein Holzscheiter. Was passiert eigentlich? Wenn man das jetzt wirklich die Bios Batterie ist, wenn man die nicht tauscht und man das jetzt so weiter macht, was passiert denn im schlimmsten Fall? Geht da irgendwas kaputt? Geht also nichts kaputt, muss halt nur jedes Mal wieder von den Bios in den Desktop rein. Da ist es nervig. Ich starte es nur immer im Bios, sobald der Reiner vom Dschungel getrennt wird. Ja, genau. Ja. So. Wände. Ja. 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 Die Wände findest du, weil da, ja, da sind die Wände. Also muss ich nochmal ein Gerüst oben drauf stellen. Gerüst oben drauf stellen, ja. Du hast ja überall denn so in der Mitte des Raums dann immer so Stützball, die Sauerkacke. Äh, dass das nicht auch ohne geht. Ist das eigentlich immer nur ein Rochen? Wir haben ja gar keine Fische, ne? So an Fische kommen. Äh, im BIOS oder beim PC im Desktop, die Uhrzeit unten rechts in der Ecke dann. Ist so die Frage, ob das getrennt ist, aber ich glaub, es scheint nicht da wenig. Im BIOS. Du, große Steinleuggen, wo wir sind. Äh, ne. Oh, Feuer ist aus und ist kaputt. Ja, ist kaputt. Jetzt würd dich ja mal gerne aus Interesse. Du scheiß Ding mal. So. Yo. Scheiße. Jetzt ist mal, was hier. Das wird mal runterkommen. Ah. 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 Ich muss dich schlafen. ich habe doch rüstung dran scheiße du kriegst blutnitel auch trotz rüstung an der beine siehst du erst dann genau auf diesen einen button da rechts ich dachte schon die rüstung schützt dich dass du das nicht kriegst du hast du schützt dich halt zum beispiel vom tiger bisschen mehr alle große steine zerklackt ich habe spät gesehen kacke gut wo hast du den großen stein gefunden äh warte komm hin hinten da waren nämlich drei stück am fluss auf den äh halt warte, das falle ich gleich um und mach dir ich sollte mich hier auch nochmal ins bett schmeißen das alte lagerfeuer kaputt macht, bau jetzt das neue und wir hoffen, dass das sich nicht zerstört gucken wie sich das verhält also ich hoffe du kannst dir überhaupt was drauflegen und beraten keine ahnung dann war jetzt wenigstens wieder hell ja ich guck hier, hier am fluss sind hier so ne hm, wollen wir schon mal gucken und ich guck mal sieht aus auf auf Also Steine ist echt mangelbar. Hast du zufällig noch einen kleinen Stein in der Tasche? Hm. Ja. Ich bin K-Stein. Ist auf jeden Fall ein solides Asus-Bord, was du hast. Und du brauchst noch einen Dings hier. Einen großen Stein. Einen großen und einen kleinen. Einen kleinen Stein. Großen Steine sind echt wenig da. Kleine musst du von der anderen Seite rein machen. Wieder Sylvester und Klient wieder einen gefunden. Ah doch, kann man auch was machen. Ah ok, so, das ist gut. Ja, ihr klickt mich mal weg. Ich wünsche dir was, gute Nacht, schön, dass du da warst. Weil ich muss und will nämlich. Ja, ich würde mich dann eh dann auch anschließen. Hab ja, hab welche, komm mal her. Zwei Stück? Drei stücke insgesamt. Nehmen wir den Stein hier drüben noch mit. Rennen? Ja. Wieso kannst du das? Weiß nicht. Ah, bestimmt weil ich irgendwo laden bin noch. Ich muss mir dann morgen mal eine Kiste bauen. Gehst du zu meinem Dings, wo das Teil ist, wo das klein Loch ist unten in der Decke und dann drückst du auf Ehen und dann kletterst du hoch. Fall aber nicht runter, das wird weh. Ja. Äh, wow, ich bin hochgespawnt. Ja, ja, der spawnt's doch, alles gut. Ein Fahrstuhl hat der auch schon. Lift. Wie soll ich denn da jetzt bitte den Stein dran... Ach so. Du könntest sogar eine M2-SSD anschließen und du hast normale SSDs drin. Du hast eine Performanceverschwendung. Ja, woher soll ich das denn alles wissen? Gute Sache. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch mal reinsteigen kannst. Stimmt. Musste ja. Na steig, steig mal ein. Geile Sache, oder? Frage ist, wenn ich jetzt hier unten bin und da reingehe, kann ich das aber nicht von hier unten aktivieren, um hoch zu gehen. Musste gucken. Nee, geht nicht. Das heißt, man kann es nur von oben steuern. Das kann sein, dass... Na gut, es ist eigentlich auch dafür nur gedacht, um Sachen reinzulegen und dann hier hochzunehmen. Hm. Interessant. Ich werde mich jetzt aber jetzt offline denken. Wie gesagt, ein Dach, Baustuhl, fertig. Wesen bildet ja. Nee. So, ich sag dann hier auch immer tschüss, tschüssi, tschüssi, es gibt noch mein Bye-bye-Lied und dann bis zum... Da hast du gespeichert. Kleiner Kumpel sitzt am Bildschirm, augengroß und hell. In der virtuellen Welt, da fühlt er sich so schnell. Mit den Freunden überall, klick, klack, hier und dort. Er reist durch viele Welten ohne einen Schritt vom Ort. Kleiner Kumpel, du bist nie allein. In deiner Online-Welt, da bist du daheim. Mit jedem Klick, mit jedem Wurst lebst du dein Abenteuer. Von Küste bis zum Ost. Morgens früh, der Rechner blinkt, es ist die erste Tat. Ein Hallo an alle Freunde, die er so lieb hat. Auf im Chat oder im Spiel, die Zeit vergeht genug. Kleiner Kumpel ist dabei und seine Welt ist bunt und froh. Kleiner Kumpel, du bist nie allein. In deiner Online-Welt, da bist du daheim. Mit jedem Klick, mit jedem Wurst lebst du dein Abenteuer. Von Küste bis zum Ost. Doch manchmal, kleiner Kumpel, heb den Blick vom Bildschirm ab. Sieh die Welt da draußen, die auch so viel zu bieten hat. Freunde kannst du überall im echten Leben finden. Gemeinsam Lachen spielen, das kann auch hier beginnen. Abends dann, der Mond scheint hell, der Tag geht langsam aus. Ein letztes Gute Nacht an die Freunde, dann klebt er sich raus. Musik Kleiner Kumpel träumt im Schlaf, von Abenteuer nah und fern. Denn seine Online-Welt, die hat er wirklich gern. Kleiner Kumpel, du bist nie allein. In deiner Online-Welt, da bist du daheim. Mit jedem Klick, mit jedem Wurst lebst du dein Abenteuer. Von Küste bis zum Ost. Doch denkt daran, kleiner Kumpel, die Welt ist groß und weit. In der Realität und online erwartet Glück und Heizigkeit. Doch denkt daran, kleiner Kumpel, die Welt ist groß und weit. In der Realität und online erwartet Glück und Heizigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.